BAM! Wir sind live! Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde! Das Spiel schon wieder beinig auf Isaac Afterbirth! Danke, du warst eine große Hilfe. Wir haben natürlich den alten Spielstand übernommen. Man hatte die Wahl ob ja oder nein. Da werden uns so viele reichen, haben wir einen Sach-Trace drauf. Ja, genau. Eventuell ist es mit der Qualität vom Audio diesmal ein bisschen besser. Aber ja, wir schauen mal. Ich bin Kane-Spiel. Ja, und ich werde für das Spiel auf Hard und sogar auf Greed. Recht zu beendet! Wobei wir sagen, dass du nicht so schade auf Greed bist. Ich schätze, bei Greed hast du weniger Geld oder kriegst weniger Geld und Hard ist einfach Gegner ficken. Also ich habe jetzt einen Tipp angeschaut, der auf Hard das Spiel durchzockt innerhalb von 30 Minuten oder so kurz. Also 1 und 1 halb spielt. Crazy. Kann ich mir auch noch was geben, um ihn zu warten. Nicht schlecht. Und den wolltest du vorhin nachmachen. Ja, ne. Welcher auffällt, desto schneller du das Spiel durchfasst, desto öfters gibt es schon coole Items und so. Und Afterbirth ist auf jeden Fall fucking außer. Das ist auf jeden Fall cool, weil die Frenzen sind zu können. Du kannst Blitze schießen! Äh, in meinen Laser schießen! Warte mal, ich muss ganz kurz mal. Ich habe glaube, mein Status nicht upgedatet. Da steht The Unicorn Invasion of Ice. Warte mal, das passt. Danke, Jassi. Ja, das ist mein neuer Titel. The Unicorn Invasion of Minecraft. Was gestern? Okay, gut. Ja. So. Es gibt neue Räume, neue Gegner, neues Alles. Neues TNT, pass auf. Gollum kann jetzt auch Bomben legen, haben wir schon getestet. Aber der Schmerz ist voll rausgefunden. Bist du dumm? Du verlierst mein Leben! Jetzt nehme ich kein ganzes dafür, ja. Du vor keinen Spaß. Ja! Das war alles da. Ist das geil? Keine Ahnung, ja. Warum hast du gerade einen Doppelblitz? Hä? Schießt du immer zwei Blitzen? Ne, ich schieß immer einen. Ne, ne, am Schluss, wenn du hier herkommst, siehst du doch, dass es zwei sind. Ja, ist halt cool. Ha, okay. Mastronso! Schreibt gerade noch, hi, hi Mastronso! Was ist denn Boom? Du hast mich raten. Große Explosion. Hm, benutzt halt mal, wenn man. Nee, doch nicht jetzt. Warum setzt du jeden Raum hoch? Das war großartig! Das ist doch doch. Das ist von Random in TNT. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ich glaube. Ja, ich glaube. Das stimmt einfach. Jo, warum haben wir hier Goldnuggets als Gegner? Fliegende Goldnuggets. Ich hab sie bekommen, als wir von so einem Maisgrönen. Oh, nein. Okay. Okay. Im Plan. Im Plan. Oh, du musst dich dort nicht. Sorry. Oh, nur weiß. Aha, du hübsst die Dinge raus. Ich denkst mir auch gerade. Was solltest du denn da sein? Oh! Oh, Ringo. Awesome. Ja. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Besonders wenn du mich in Englisch fragen kannst. Okay. Wir sind fertig. Rainbow Shiatt! Oh oh. Normal Shiatt! Little Shiatt! Das ist doch ein Einfall, oder? Oh, jetzt wird dieser Schotze auch. Nein. Das wäre auch okay, weil du kannst fliegen. Das ist mir eine ganze Scheiße auch. Wobei, du kannst irgendwo hin fliegen und eine Bombe legen. Schau doch nicht. Nein. Ich glaub das ist ganz fair, dass du Bomben legen kannst, finde ich. Ja. Ja. Ähm. Oh, guck mal, da ist eine Kiste. Oh! Und dann hat er eine Kiste. Schau doch, da hat eine Bombe so reinlegen, dass... Aber du kannst es genauso reinlegen. Das schaffe ich auch, ja. Aber nur wenn etwas wirklich cooles drin ist. Da ist eine Schuss. Warte, warte, warte. Ah, da ist eine Bombe, ja. Ja, warte, warte, warte. Da hat er schon mal einen Stein, Mann. Wenn da eine Bombe ist, dann sind wir keine Bomben mehr. Das heißt, das soll ich auf jeden Fall da unten springen. Und ich kann jetzt auch das Bildschirm raus. Oh, nein! Ui! Ich will nicht mehr raus zurück. Warte, lauf mal an den Rand. Ja. Ob ich dich dann rausziehe? Ja. Also du, ich ziehe dich nicht mehr mit. Ja. Sondern du bleibst tatsächlich da, wo du warst. Das ist schuldig. Aber was bringt es mir, wenn ich jetzt eine Bombe mache? Eine Bombe benutze, dass wir eine Bombe kriegen? Mach doch einfach. Weil Steine kann manchmal Flugzeug groß machen. Das hast du. Das ist klar. Was haben wir groß zu verlieren? Haha, what could possibly go wrong? Uh oh. Aber diesmal bin ich von vornherein kein Noob. Ich bin ein Noob. Ich bin ein Noob. Aber vielleicht gerne ein Noob. Oh. Ich bin schon mal ganz im Riesenruck. Und es ist echt viel geschickter, dass es nicht mehr mitzieht. Ja. Weil da müssen große Räume ums rausgehen, oder? Ja. Und den Scheiß. Das ist sehr, sehr nett von dem Entwickler. So, aber... Ah! Brotastic und Ezio sind da. Hi! Aber ich kann kein cooles Baby noch mehr. Haha, nooo. Ich kann kein Roboter-Baby noch mehr. Nooo. Roboter-Baby war halt schon cool. Das war an dem cool. Das war ein Roboter, hallo. Ah, ok. Laser, psiu, psiu. Ok. Also wir haben jetzt endlich entschieden. Elovin bekommt das Lineal, so wie es ihm eigentlich gebührt. Bis es ihm zusteht. Gut, alles klar. Dann wird es endlich geklärt. Wie viel hast du das verlost? Gestern habe ich... ...einfach... ...random Zahlen gezogen. So. Was war ein Wheel of Fortune? Äh... ...dieses... ...spiel-O-Mate. Soll ich das hier machen? Hi, wir haben bis zwei Minuten waren. Bibi, bibi, bibi. Oh! Oh! Brennende Gegners! Hast du eigentlich auch schon viele Gegner gesehen? Also... Ja. Was war ein Kingdomil cool? Der macht mir Schaden! Aua! Oh mein Gott! Darien! Ah! Aua! Jo! Hey! Ich bleib mal von dem Zeitpunkt tot. Ja! War schon zu viele Optionen. Ja! Wir haben nicht mal einen Herrn. No! Soll ich da reingehen? Nein, du darfst jetzt zwei Minuten halten. So. Hackert! Ist das ein Kack? Jetzt wieder schreibt der Hashtagern vor, dass wegen dem Lineal ich nehme es nicht an. Ja! Habs gelesen! Ist ok! I got it! Ah! Wir haben hier noch einen Ernst. Wieso? Mezzo will wahrscheinlich ein Trostgeld hoch, oder? Ezio! Mezzo! Nicht Mezzo! Ezio! Mezzo! Soll ich da ein halbes Leben opfern? Ich glaube, da halbes Probleme jetzt ist ein halbes Leben. Ich weiß nicht. Nein! Dann nehmen wir halt Regenbogen Kacke. Ja! Stimmt! Ja! 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 Das war's für mich auch gerade so Shit, war knapp. Hat es schaffst... modeled... Rampage... You're getting wrecked! You little Fargod! Ich muss grad nicht. Minimal konzentrieren. Juhu! Ein Schutzleben und ein Tiers-und-Shot-Shotspeeder. Okay. Colum hat seinen Liebling schon entschieden. Oh, das brauchen wir eigentlich nicht viel. Wir haben nichts mehr zu holen. Ich dachte, wenn wir ein paar Mal unsere Label aufbauen können. Ja, aber unser Schutzleben ist schon weg. Nee, ich hab deinen zu tun. Ah, stimmt ja. Also, Aua! Dann kannst du da ein halbes Label holen. Dann kannst du noch mal weglaufen können. Und dann die Scheiße. Auf mal, Rentre-Schwissen. Juhu! Chain startet immer mit einem extra Schwissen. Jetzt kannst du noch mal weglaufen. Woop! That wasn't me. Oh, ich hätte die Random TNT benutzen können. Naja. Auch die Random TNT, ehrlich gesagt. Nee. Echt nicht. Ein Wisch kannst du mal jetzt nur probieren. Was? Jetzt? Ja. Ja. Du hast ja glaub' vorhin nur versehentlich abgeschossen. Kann das sein? Ja, klar war was. Warte. Hä? Das war aber ein komischer Zufall. Gut. Fertig. Nächster Level. Les Gundinyu. Jimmy ist bestimmt schon wieder gegangen. Er hat Angst vor dem Spiel, glaub' ich. Mach's das cool? Ja. Ich glaub' das war cool. Und zwar funktioniert das so. Schießmalzeichen. Evil Friend! Und nachher aufzuschießen, wenn es ein Problem ist. Ah, okay. Alles klar. Das macht train-damage. Gut zu wissen. Okay, ich muss ihn jetzt chargen lassen. Ja. Okay. Wo? Wo? What the hell? What the hell? Was war's? Keine Ahnung! Keine Ahnung! War's schon so random, Bombe? Nein! Okay, ich hab' immer mehr Saberhatz. Ich drück' doch nicht random auf Leer-Taste. Was war's? So lustig es auch wär. Vielleicht. Vor allem ist das gerade eine Platzierdebombe. Du hast einen Reinenbombe. Ja, richtig. Das war sicherlich nicht ich. Herrgott! Nee. Oh. Seems fair. Was denn? Pssst! 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 Das ist echt voll cool. Pssst! Dann schießt er eure Steine druck. Ja, das dachte ich mir schon, setzte der Bumminner ist es. Spreng dir den blauen Steinen. Da? Ja. Hey! Wie'sisch! Hallo. Hi. So, so. Keine Ahnung. Ich wundere, dass du wahrscheinlich irgendetwas Papier verschickt. Hat irgendwer wohl vergessen. Ich glaub, es kam halt Flori. Hahahaha. Ups. Wir haben ja so gut, wie wir das Schwarz-Base. Oh, Alter! Hä? Das ist mein Typ. Ich glaub auch. Das war nicht dein Typ. Okay. Ähm, warte, alles zurück. Das ist mein Typ. Das ist mein Typ. Was ist mein Typ? Oh nein, der könnte auch da sein. Hier. Was soll ich benutzen? Ja, jetzt haben wir schon wieder. Ich dachte. Hat sich ja übel gelohnt. Das war jetzt richtig scheiße. Hahaha. Richtig scheiße. Let's boss. Dein, dein Lieben ins Bus kommt. Oh, ja. Du musst ja dann abstimmen. Alter, halt die Fresse und lass mich konzentrieren! Du bist so kagel. Ich hasse dich. Fische! Jesus Gott, fischst du nur sauber, wenn ich da an den Haftfahrt nicht stehe. Hahahaha. Man gewöhnt sich dran, Mama. Man gewöhnt sich dran. Ah, ja, ich hab's. Ich bin nicht dran. Ich bin nicht dran. Das war... Ich hab's. Oh, ja. Ich bin nicht zu dumm, ey. Ich bin nicht zu dumm, ey. Ich bin nicht zu dumm, ey. Das ist ja der Marsch. Ähm. Das ist ja auch gut. Ja, ja. Boah, und wie viel Speed? Alter. Oh, nee, ich hab keinen kleiner Typ mehr. Ja. Ich vermisse jetzt schon. Oh Gott, zack! Ja, mit Jane muss man allerdings relativ gut sein. Weil wir noch zu viel Leber hat. Ach was? Sag bloß. Oh mein Gott. Nicht schön, wie das eigentlich ist. Da haben wir jetzt mal taucht es auf. Was denn? Deine Patronen gewöhnt da. Oh mein Gott. Aber es geht ja noch. Wo soll ich Patronen tauschen, wenn es da geht? Als du noch mal auftauchst, dann ist er noch weg. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin echt gefuckst. Da ist er. Ich hab gewonnen. Vielleicht haben wir jetzt einen Ende. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Retrovision. Oh. Als ob das Spiel nennt ich das nur Gretro. Hä? Ich glaub das ist nicht gut anscheinend. Oh. Na ja. Was ist das schon wieder? Ja. Alter, warum sind die Level immer so knappen? Das wärste. Ah. Ne, 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 ne. Wir verlieren hier noch einen. Das ist sehr. Ja stimmt. Ja, ja stimmt schon. Oh, schau ja recht. Oh, jetzt helfen wir den Binddruck. Ihhh. Ich glaub wir haben ab und zu mal die Retrovision. Tja. Wie geht's? Aber überhaupt zu hell ist es nicht mehr. Na, ist ja ehlig. To the boss. Yeah, Larry Jr. Das Blasen? Blasen wäre awesome. Ja, das ist besser. Ja, das wäre besser. Vor allem so, wenn die dann... ihren einzelnen Part anmacht. Ach so, der geht da durch? Ist ja geil. Boah! Ist das hässlich? Ah! Tja mal. Du könntest ihn da das voll kacke. Jo. Was macht der denn sich selber mit Kacke einbauen? Ja, richtig was. Ne? Hast du in Fallout eigentlich die eine Raider schon drauf, die ähm... Roboter im Ring laufen lassen? Wettrenner? Die sind cool. Keine Ahnung was zu kaufen. Jawoll! Oh, unten noch ein bisschen Zeug. Zeug. So nennst du das. Haben wir da irgendwas? Ne. Prima. Plus das Problem ist mir, wenn es immer wieder diese Retro wischen. Einfach so. Jetzt krackle... Ja, ja, du mein Weiner. Für alles, für alles! Der längste Chef, kein! Nein! Das ist voll OP. Ist das mal ein Klamper? Ne. Tiger nennt sich der. Ne. Danke. Okay. Das hole ich. Okay, retarded! Was ist das? Creepy Bombs! Ach, der Mann glaubt Creeps, dann kriegst du bloß eine Fliegerung, so ein Scheiß von Bombersicht. Ah! Klingt cool! Bin mir aber nicht sicher, ob's cool ist. Morgen keine Energy. Noch nicht. Notiert. Ist schon wieder ne Pille! Bad Gas! Das ist ja auch so, wenn's zusammen zurückzuholen. Die Stadler kannst du auch schaden, wenn du überall auf dieses Ding drauf triffst. Ja, lass mal machen. Muss ich das irgendwie in einer bestimmten Zeit? Ne, ne. Kann ich mir ja Zeit lassen. Was ist das? Was ist das? So, was ist das? Was ist das? Reusable Eternity. Nein, 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 nein. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das gibt dir Internal Life. Also, ein Internal Life Dingsbums. Immer am Ende für was benutzen. Ah, okay, okay, okay. Oder wenn du auf die Batterie, lass zurück zu der Batterie gehen. Und dann? Just do it! Okay. Jetzt benutzt es einmal. Jetzt sind wir wieder rein. Jetzt benutzt es nochmal. Ja. Und du hast ein Leben. Awesome! Das ist echt ziemlich awesome. Ja. Ja, okay. Ja. Vielleicht. Also, wir hätten die Option. Müssen! Müssen! Das ist doch ein böses Wort. Yo! Was machen die? Why are you fucking like that? Them Wiggits! Den Ass-Orgon. Ah! Was hat denn das mit Asperger zu tun? Was hat denn das mit Asperger zu tun? Parkinson will ich auch sagen? Du meinst wohl Parkinson? Das steht alles fürs Gleiche. Hahaha! Okay, alles klar. Asperger. Ja, genau! Okay. Ist auf jeden Fall mal ein besserer Start als bisher. Vielleicht auch nicht. Das Secret Raum. Ja. Hab ich immer gesagt. Null! Alter, bist du blöd? Da ist ja doch, der ist doch am Ding an! Mann! Bist du blöd? Mann! Au! Ach, komm. Machen wir trotzdem. Jetzt bist du Neuglaufer. Ich wusste gar nicht, dass man das kann! Ich wusste ja auch. Das ist gerade einfach. Ist ja kacke! Wo war er da? 2 F in Gold. Easy. Was ist das? Was? Ist er denn ein Schlüssel? Warum hast du den Schlüssel, Alter? Ja, warum hast du den Schlüssel? Ja, warum hast du den Schlüssel? Cholo! Skeleton Keys! Nein, die Bankies! Oh, der hat jetzt das Schlüsselloch. In der Kleider. Ja, mit dem Schlüsselloch mach ich alle Schlüssel auf, oder was? Anstatt, dass mir ein Schlüssel raushängt! Das sieht scheiße aus. What Fs. Sieht vielleicht scheiße aus! Echt jetzt? Das ist dein Argument? In dem Spiel? Das ist scheiße. Oh, was? Oh, das ist hart. Oh, das ist mega hart. Oh, ich komm gar nicht an dem Vorbei von den Schaden zu machen. Ich muss immer im oberen Bereich gleich unten. Ha! Ululu! Fight! Fester! Fester! Oh! Also, faster und fester. Ja! Gott! Range and Luck Up! Alter, es läuft voll. Wie viel Range geht denn noch? Jo, ich schieße Platz mehr. Halbes Leben. Hatten wir irgendwas, wo wir Leben opfern konnten und was kriegen? Geh, jetzt gehst du zurück. Weil wir hätten jetzt ein paar Leben. noch rumliegen. Das sieht nicht so aus aus. Nee. Aber du könntest mal kurz in der Schaden eigentlich gehen. Wo schon? Aber wir haben... 39 Schlüssel. Ha, das ist Argument! Aber was, was will man sich mit vier Wünste kaufen? Na gut. Du kriegst so viel aus. Wap, wap, waaah. Hussah! Mein Tippsy, du musst ja das letztes aussehen. Au! Au! Sorry. Was geht jetzt? Weiß nicht. Spann auf. Das hab ich nicht hingabt. Ne, machen wir nicht zuerst den Battleraum. Sammeln wir uns Feuer. Da gibt's nichts. Danke. Die schnelle Erkenntnis. Hey, das rausschieben. Track und so. Was ist denn das hier für ein Level? Oh, oh. Der ist so evil! Ja, wir haben 99 Schlüssel! Ich hab 99, was das ist. Sieht gut aus. Laser Ring Tears. WOOOOO! Yes! Ja, aber du könntest voll selten. Ach so. Und wenn ich lang, 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 lang charge? Ach so, dann sind sie einfach fällt. Ach du musst mindestens auf einmal blinken. Ah ne, du kannst auch. Ja, okay. Du kannst spammen, aber... Natürlich. Ja, das ist ein scheiß Schuss. Aber hoffentlich macht er Schaden. Dann ist okay. Kannst du außerhalb vom Raum schon chargen? Ja. Awesome! Ich mach doch nicht so viel Schaden, wie ich gehofft hab. Aber Chargen ist bei denen der Gegner ganz cool. Schöne Roll, yes. Ja. Ja. Was? Ich mach denen gar keinen Schaden! Hä? Null. Ich musste ganz direkt treffen. Ja! Noch ein Schlüssel! Oh Gott! Endlich! Wir haben so wenige. Alter! Der macht... Gegen kleine Viecher ist das so useless. Der Schuss. Das versaut mir jetzt das ganze Spiel. Dreck echt. Wow! Vergiss es, Feuer auszuschießen. Alter, ohne Witz. Ähm, benutzt dein Item und kauft dann die Batterie. Ja! Was ist das eigentlich, rotes... Auch neues Item, gell? Ähm, mehr Damage... Und... ...Challenge ab. Wobei ich mir beziehungsweise das Challenge abgehen habe. Aber das ist auch... Schon Challenger. Aber bei AOE... ...natzt das wahrscheinlich schon... Oh Gott sei Dank für deine Schüsse. Es ist rot. Riesen ganze Attache kein Schüsse mehr. Alter, selbst zwei von denen voll aufgechargte Dinger reichen, ne? Ich denke, das ist richtig geil, wenn du so richtig fett mit Damage unten machst. Ja, schon. Aber... Ich will vorsichtig sein, ja? Understand this, please, oh. Ist ein Chess-Digge, ey, dann. Juhu! Und dann? Wirklich viel Regi-For-Orto-Bus. Ne, vor allem mit dem Kack-Schuss hier. Aber ARK viel besser wird's nicht werden. Außer wirklich wegen der Kack-Panik. Ja! Obwohl! Ja, es geht! Ah! Das ist aber keine... ...geile Chests! Ha! Nein, dann haben wir's erwischt. Ich wollte halt nicht so gut zählen. Ja. Und wenn jetzt so ein Gegner wie zum Beispiel der, wo die ganzen kleine Kack bollern macht oder so... Ja, dann wird's voll easy. Oder hier zum Beispiel. Plop, plop, plop! Noch ein Schlüssel! Ja! Gott sei Dank! Äh, machen wir jetzt den Battle-Raum. Ja. Machen wir jetzt den Battle-Raum. Charge dich schon mal ab. Wusch, eine Bombe. Bitte, nein, finde ich. Das war ziemlich arg in der Mitte. Oh, shit. Soll der Gang auf dem Arme, jetzt geht's dir. Oh, es geht. Finde ich. Ja. Vor allem macht es halt Damage over time. Und, I mean... Why not? Ja! Schade. Das ist doch gut jetzt. Ja. Du hast so viel weniger Schaden als ich. Oh! Versuchst du das auch immer in richtige Richtung zu chargen? Ja. 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 Wissen? Death. Das macht einmal dem Gegner 25% schade. Uh! Was ist das? Your feet feel stronger. Bin ich noch schneller? Ich weiß. Ich glaube, ich fühle mich noch schneller als ich schon war. Oder? Nee. Ich glaube, du bist ja auch bei Max Speed. Wahrscheinlich. Das war's! Los geht's zum was! Aber es ist so wenigstens, wenn wir den Boss geschafft haben. Kann man gleich. Wird dieses internal Ding da benutzen. Soll ich die Karte kaufen? Nee. Wir haben Death-Karte, aber. I'm DEATH! Ähm, genau. Nachdem wir die Person kill können, wir würden das Item nutzen und ein guter Album. Hartz. Troupe. Troupe. Und ich werde nach unten chargen. Du wirst schon lange zogen, gerade nach unten. Okay. I am fully char... I don't think I'm charged anymore. Oh, ich werde auch noch gecharged. Take this! Ich geht's... Ich bin... Ich bin zu dumm, ne? Ich glaube immer so. Oh, nee. Na dann macht's die Sache ein bisschen einfacher. Oh, das geht schon. Ja. Dann fahren wir jetzt zwei gegen mich. Das hat schon... Kalachi. Nice. Schon voll gut, oder? So... Oh... 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 Bis ich den Charged hab, da stirbt der Wurm nie. What is it? Ich bin für ein Cozy. Geil. Halt und benutzen und weg, oder? Ja. Let's go! Äh... Go! Das Geräusch. Hey! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yooo! Du hast zwei, du meinst so gut, oder? Du hast zwei, du meinst so gut, oder? So unfair. Ja. Du hast zwei, du meinst so gut. Ja. Oh, shit! Ah, fies! Das... Immer diesmal mehr. Hahaha. Not today. Man, wie lange brauchst du für so'n Kack? Bin kein Stück besser, aber man! Oh! Aua! Jufokin! Jufokin! Gott! Kolo! Watch out! Der Spieler! Der Spieler! Der Hund! Der Spinner! Hahaha! Boah! Spielers! Bigger Spielers! Oh, ist das noch nicht? Da oben. Wow! Spielers! Oh! Spielers! In kam! Ming, Spielers! Ja! 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 Aber schieße die weiter! Halt immer weiter schieße! Sauerei! Ja! Das sieht ja jetzt so gut aus mit diesem blauen Anzug! Hahaha! I'm so proud of us! Und mit diesem mega fette Brille, mein Dio! Sieht so gut aus! Was? Toll, warum ich geholfen bin! Jo! Das chargt ja durch die ganze Map! Oh! Zu viel geglotzt! Hallo! Hallo! You're distracting me! Oh! My friend! So super! Warum können wir nicht einfach... Oh! Mehr... Krumpen haben! Ich hätte sogar mehr Bombs! Mehr Bombs would be so nice! I'm done! I'm done! Alter! Bitte noch mehr Schlüssel, ey! I have no... No keys! Yeah! Oh! Oh! Hup! Hup! Das war der Hund Neigang, ne? Nur in Weihnacht! Ehhh... Den Schlüssel nehmen wir und, alter! Echt? Dann nehme ich aber die... Bombe? Ja, das mal gut sein, vielleicht finden wir doch mal Weihnachten! Nee! Ich will, ich bin weg! Ja, da ist noch ein Raken! Jo! Da ist's cool, wieder! Da ist's mega cool! Ja! Ja! Charge? Oh! Oh! Look at the craziness! Einfach mal in der Garten mit deinem Ballern! Ah, ich... Ich so! Das war so Schottreffen, ey, man! What kind of fucking Irrgarten is this? Also... Bombe! So you got a Bombe! Oh! Ah! Der Schuss is net so underpowered, wie i dacht! Ich dachte, er ist richtig kacke und versaut uns das ganze Spiel, aber... Er geht! Ja! Der ist eigentlich ganz einfach! Er macht halt relativ wenig Schade! Ja, ist echt so! Aber er macht halt auch eh Schaden, ich meine! Der ist ganz einfach ein bisschen Klapp und muss so halb slappen! Don't worry! The same is happening to me! Ne! This is nice! Wenn es so funktioniert, wie ich mir das ist... Woomerang Tears! Ähm... I think it ain't be working on this! Ja, sorry! Nope! Die kommen nicht zurück! Die kommen nicht zurück! Oh, das wär so geil gewesen! Ja! Oh! Oh! Juhl! Bitch! Bitch! Ich sag ja Bitch! Bitch! Ah! Bitch! Stimmt! Münzen! Ich muss die Map studieren! This way and then down again! So! Ha! Ich dachte jetzt wieder... Eigentlich können wir bisschen zonken, oder? Ja! Haha! Ich halt schon mal den Charge ready! Ich hab ja nicht so was... Oh! 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 Wie lange das Ding erlebt? Da meinst du ein Riesending? Ist geil, aber ich jetzt nicht! Ist nicht! Nicht in so einem kleinen Raum! Echt nicht! Oh! Oh ja! Nimm's! Pfeiler! Scheiße auf dem Kopf! Ja! Hallo! Ja! Endlich Scheiße auf dem Kopf! Geile Steff! Das hast du schon die ganze Zeit wolltet! Scheiße auf dem Kopf! Mit unserem geilen blauen Anzug ist das noch viel fancier als ich dachte! Ja! Wir haben nichts anderes! Achso, ich sehe meinen Charge nimmer! Wie blöd! Oh, da ist es zum Beispiel auch okay! Obe dran! Wenn mir das die Zeit nahe, darfst du hier oben auch nicht! Liege nicht überall immer! Hau! Hau! Weil ich Angst habe, dass der mich doch erwischt! Mit irgendwas! Blaues Rad war nicht so schlecht! Ich hatte schon mal Freude auf! Mit Pitch den Glanzer, da vorne auch nicht! Mit dem Gnicker wieder spawnen! Der war ein bisschen easy, hätte ich gesagt! Der ist ja bloß nach Van Laffa, Alter! Sonst wäre ich direkt das Lochlein gelaufen! Achso! Noch mehr Range! Wir haben ja nicht unendlich! Ach, ha, ha, ha! Schau mal! Gut, gut, gut! Äh, lass doch noch! Keine gute Deals! Oder? Keine Ahnung! Sag du's mir! Das ist ein Buddy, der dir ein bisschen hilft! Der ist auch so ein kleiner Mini-Buddy! Und das ist, äh, das ist die nächste Etage, wo du so einen Raum hier hast, wo du so viel abschließen kannst! Ich hab' immer noch einen Schatz. Näh! Ah, ja! Und dann nicht vergessen! Hättest du vergessen, gell? Ja. Nach runter! Sind wir fertig? Hä? Wir haben nix mehr zu tun, Mann! Verrückt! Damit unsere letzte Bombe, unsere einzigste Bombe nach diesem Raum springen können, aber ich finde das, glaube ich... Das hat schon so seine Vorteile. Gar keine Frage. Ist das dein Wecker, der da gerade klingelt? Oder ist das wieder die Musik, die ich möchte. Die wird er mal mit dem Wecker verwechselt. Guts! Hauguts! Oh Hauguts! Ordentliche Hauguts! 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 Wird du diese Dinge da rausklappen? Jetzt hätte ich alles besser können. Und es halt dich dann sogar. Schade. Aber niemals Pillar Random in einem Raum, wenn er zu weit Paraden verlesiert. Und die waren beide da. Yes! More Random Bits! Paralysis. Paralysis. Ich wusste gar nicht aus der Sicht. Das muss wohl nice sein. Nehm es so. Penetrative Schotten und Speed Up! Als ob die nicht schon penetrativ wären. Und Speed Up? Ich bin doch schon auf dem Maximum. Ah ja, Speed Up! Nee, war ein normaler Speed. Pfff! Das wird hart. Nee. Aber du wirst schnell. Also geht's. Easy! Noch ein Schlüssel! Oh! Frau, mir das war alle über den Schlüssel! Halt, nein! Alter! Nerf nicht! Juan! Wir haben gut gemacht, Juan! Ja, lass uns rein gehen. Kraft ist versiebend! Doppel Item Vision! Doppel Item Vision! Doppel Item Vision? Was bedeutet das? Oh, dann fangen wir an Eternal Ding her an. Was? Ich will meine Eternal Ding her an. Was? Ja, was? Back to the Eternal Ding. Ja. More Eternal Ding. Was? Aber das Raum gerade schon wieder. Was ist der andere Form? Auaach! You Idiots! Don't spit with your blood! It's disgusting! Some people find it offensive. Die gehen immer noch nicht aus. Auch nicht mit einem awesome Schuss. Schade eigentlich. Woah! Woah, bros! Bros. BROS! Sorry! Oh! Oh! I dig my own grave! Oder auch nicht! Was? Dick? Ich hab mein eigenes Grab geschaufelt. Ich weiß aber nicht, ist die Vergangenheitsform von Dick auf Dick? Dick Dick Dick? Ja, ich glaube es ist Dick Dick Dick. Dick Dick Dick. Dick. Haha! That's what she said! Oh damn! Bro, damn! Bro, damn! Bro! Oh! Oh, muss sein! Servier? Schlüssel drauf? Weiß nicht. Ja. Ja. Ach so, da kannst du auch Scheiße rauskriegen, gell? Ja, jetzt ist offen. Was neige. 4. Mal gucken, ob das auf unsere Stats sich auswirkt. Ich lass mal die Ding da liegen. What the? Was war das? Das war... Das... Das war... I don't know. Das war das, was es halt war, man. ZEEKEN! Du bist denn zweimal, glaube ich. Ist doch geil! Harmen kriegst ja wieder so viele Coins. Nimm die Ballerie auf. Man, du wirst... Und ich glaube, dass sich das bis dahin aufgepferdert hat. Probably... Huia! Ähh... Gab's noch irgendwo... Ja, es gibt... Leben? Ne. Moment. Das einzige, was wir jetzt anfangen könnten, wäre RAND und versuchen, diesen... Secret Traum zu finden. Zum Beispiel hier könnte er sein, oder... Da, oder da, oder hier... Ah, RAND 5 Bombe ist... Ja! Ausdruck 2. Härtere Monstro! Woh! 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 Bro, Bro, Bro! Mäh! C4, W sampai mal... C4... Das wird mich da vorlesen. Ich bin immer so knapp dran zu verrecken. Aber es ist gut, dass mir die Fliege mit einem... ...Wipe-Groundfliege. Ich stehe neben, lauf rein! Schlau! Okay, mal kurz. Keine Spaß. Puh! Aber wir kriegen neben. Manche Leute hätten eher das Item aufgesammelt, wenn ich zu knapp an einem Ding vorbeilaufen habe. Flor hat das nachher. Hä, ich kann so locker dran vorbeilaufen. Und rein mit dir. Und wir kriegen so viele Läbe durch das Item. Ja. Also wenn man jetzt was besseres findet, was Damage oder so... ...Increased vor Zeit, dann nehmen wir das... Ja, jetzt schon, nachdem wir so viele Läbe schon gefahren haben. Oh no, what they doing? Why they have so much... ...so much... ...life. ... ... ... ... ... ... Überhaupt ist mein... Oh, goddammit! Random, baby! Random! Oh, oh! Oh, sind die Level kacke! Oh, Levitz! Die Schwarze! Ja, schon klar! Das ist Unstablichkeit vor Zeit lang, also Unstablichkeit vor Zeit lang gegen Hartz, wo du jetzt noch tauschen. Kade? Wir haben voll viel. Ja. Ich spiel an dem. Ja. Dann, also, that one. Juss! Ich hab Schlüssel? Ich kann auch... Juss! Ich hab C-Hurz, ja? Hier, das zieht sich hier. Ich dachte schon... Flieger hätten. Die創zen sich nicht einmal eine gute Zeichen. Ah, jetzt sprech doch wieder! Nööööö! Das wär uns zu machen, so... Ha-ha-ha! Konnte ich ihn nicht retten. Oh... Ach so, siehle und alles macht ja nichts! Ich dachte schon, ich hätte ein Eternen leben. Geh mir vor, vor! Ja! Äh, fahren wir nicht. Da da! Ja! Hm, wie wollen wir auch? Ja. Ich zeig euer Herz da dran an dem Automat. Ich krieg jetzt nichts. Das ist schon gut. Ne Transportat, ne? Such a troll. Ah, sollen wir uns hier die Stücke holen? Denken wir auch gerade kommen. Was machen? Was? Vergiss es, wir haben uns doch gegeben. Something is weird. Warum? Warum was? Warum was? Oh, stehst du vor einer! Oh Gott! Oh, hast du das gut? Ja. Watch the step. Der Mann, just... What? Die gibt's auch in Skelly! Ich hoffe, dass wir übrigens nur noch äußere Rand von uns geschehen. Damage machen. Ich bin so... Ja. Voll kacke! Oh! 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 Was? Das bringt nichts! Hilfe! Oh! Oh! Ich hab' ihn nicht gesehen! Haha! Haha! Du bist ein schönes Ding, sonst kann ich nichts auch machen! Warum scharge ich die Dinger denn überhaupt? Eie! Du schau' ihn nicht mehr. Nee! Nee! Don't hear back for shit! Don't hear back for shit! Oh no! 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 Durch und klar! Nimm die Karte! Ich nehm' erstmal hier! Boah! Ist ein Spiel! Ist nehm' die Karte! Und zahl alles was Gott in der Hula dei! Votr! Genau so! Stor Upgrade! Stor Upgrade! Stor Upgrade! Stor Upgrade! Böse Stor! Was bringt der Stor überhaupt? Ich glaube ich hab' noch nie... ...standen was der bringt! Das ist Stor! Du musst Sachen kaufen! Was genau hab' ich jetzt für ein... Was? Die Map! Achso! Hab' ich! Ach ja! Ach ja! Genau! Ja! Ist das eine geheime Raum? Ich dachte, ich sehe ihn jetzt. Nee, das sehe ich nur die komplette Hapisch aufdeckt. Ach so? Also jeder Raum? Ja, jeder Raum. Du weißt, du weißt auch nicht. Oh, das ist so schlimm. Just a little bit. It's just a little bit, okay! Oh, du! You would, mate! You would! What? Alter! Does he ever dead? Oh! Hecht? Verstehst? Na, benutzt es. Zwei Leben. Alter, das ist geil. Okay, jetzt ist alles gut. MAMONENT LEAGED EVIL! Bis zum Endbush haben wir einen Endbush. Jetzt irgendwann auch ein großes Herz. Ja. Warte mal. Kann dem ja was geben. Wir haben ja hier oben ein Herz. Ha, ich bin Wizz auch. Oh, ich habe Wizz auch, Harry! Sollt ihr dem geben? Äh, nee. Das ist sehr Spaß, genau. Okay, Bro. Oh, die ist Mom. Die ist Mom! Ah Gott! Müsst ihr in mir drin spawnen! Oh, ich hasse Mom. Ich das schonmal. FICKEN! Du musst auf alles achten! So kann niemand sehen, denn zum Leben! Deine Mutter ist schlässlich. Du musst schnell in Bewegung bleiben. Fick dich doch! Fick dich doch! Boah, nicht an Rand hinstehen und überhaupt alles. Was halt so geht. Aber komm, da haben wir irgendwie eine Idee im Moment, Uwe. Wo es echt am nervigsten ist von alle. Ja. 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 Ohne Witz. Du willst doch gar nicht, oder ich? Das läuft schon genug, wenn du hier stehst! Was ist das eigentlich? Geh! Halt die Wäsche! Halt die Wäsche! Leck mich! Leck mich am Arsch! Okay. Ah! SIEK! Je mehr erster hier aufregt, um zur schlimmen Fokus. Halt die Fresse! Ne. Ach Flo. Gut gemacht! Wir haben ja alles kaputt. Halt die Fresse! Lass mir in Ruhe! Ne du, du Party! Ich weiß egal! Ich weiß egal! Na, der Ultrakur. Der Klusste. Klasse! Das ist das beste Baby! Für jeden. Ich hab das schon cooles, Alter. Oh, der Witz muss ich jetzt sein. Komm! Ah, scheiße, Gott. Danger. I better don't shoot. Hä? Wieso? Ah, warte, ich hab keine Idee. Als du weißt, als es wird, rennen wir nach links. Ich meine, ich renne nach links. Ja, vielleicht sollte ich mich das erst mal processen lassen, bevor ich loslabere. Aber das ist schon cool. All cool. Wasch mir der scheiß Spinner eigentlich, die macht ja nix. Sie liegt dich. Don't swallow it. Ja, bitte. Jo. Kannst du f... Ja, dann. Okay. Gebo. GG. Lass doch deinen Zügel dann. Können wir machen, ja. Geld. Geil. Da er nur noch 5 Minuten lebt, ist's eh scheißegal. Du bist viel zu negativ. Du bist gar nicht. Du bist gar nicht. Du bist gar nicht. Du bist gar nicht. Warte, warte mal. Warte mal. Warte mal, warte mal. Sie danzt um sie rum. Ach guck sie, sie spart. Kleine blaue Spinner. Ja. Die kill dann die Gegner. Every five hours, oder so. Ja, ist's. Stehst du? Stehst du? Juhu! Okay, jetzt sind wir großen Namen. Ich weiß nicht mehr was. Ja. Du musst dich einmal konzentrieren in deinem Leben und dann... Ja. Du kommst ja rein spaziert. Wuhuhuhuhu. Wuhuhuhu. So funny. Oh, guck mal, den ist so blöde blaue Blut. Von dem Hals raus. Der Gegner. Der Gegner. Früher war da einfach nur den Kopf ab, wenn er mal... Ich benutze das Blut um die Klappe. Und jetzt spritzt er tatsächlich immer so ein bisschen Blut raus. Wichtiges Detail. Ja, eigentlich schon. Sieht halt gut aus. Ich glaub mir... Schon durch. Du könntest den oberen Schlüsselraum öffnen. Und hoffe, dass es noch der Shop ist. Eigentlich könntest du ja auch im Shop passen. Könntest du das kaufen. Was auch immer das ist. Mein Hals. War mir viel wichtiger. Und wer ist denn der untere Raum öffnen? Ich stelle nicht öffnen. Ey, wer war's da? Hörer, bis ich die Map übercheck. Oh, warte. Ne. Stop! Doch, lass machen. Ja, komm. Genau, zwar. Fuck. Fuck! Tja! Und was bedeutet die vier jetzt am Boden? Normalerweise wie gut der Raum ist, oder? Ah. Manchmal schaffst du dann auch all deine Stats und so. Das ist... Ah. Ich weiß nicht, was das Help noch nicht. Soll ich mich direkt auflösen? Fast das Wort war? Nein, 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 nein. Schließt doch nicht. Ich habe auch... ...lenk. Tiers. Gut. Nein, zeigt den wirklich. Wo! Zeig, nicht. Das war der beste Butch in my life. Verwirf ich den eigentlich immer. Und vor und zurück, und vor und zurück. Yes! Deal! Lick im Ohr, naja. Können wir springen? War noch irgendwas? Protected, Einhard. Unter dir feist es mich. Hacker! Ich nehme einfach mein Lick im Ohr weg. Burning Basement. Uhoh. 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 YOU FUCKING WAD NIGGER! I fucking hate my life. I fucking hate my life. I fucking 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 hate my life. War noch so coolesっぽiges. War noch Querét. War strainer, als sollten sie einmal schon. ắ� coastlich wurde. Dann kill es mal! Ihr trifft echt! Nein! Ich habe keinen Schlüssel. Weil V no has a key. Schon wieder kein Schlüssel. Oh, haben wir 99 gehabt. Oh, 99. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, 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 oh. They be killing me. Der trifft ihn ja nicht mal. Oh, er ist schon tot. Was? What are they doing? Shitting little nests. Na, spielen möchte ich. I have to kill it. I have to kill it. No way. Oh, ich habe hier eine blaue Spinne. Die handelt das. Für mich easy. Ja, die ist dort rein. Ist aber nicht kaputt. Na, das wird's gar nicht gemacht. True. Meh. Nee. Der Chat ist heute aber so aktiv, jo. Never seen such aaaaktivity before. Die Leute hast dich konzentrieren. No. Die. Wer sind denn die? Es gibt nur eine. Jassi. Nicht die wollen. Die will. Ja, sie mag halt diese Aufmerksamkeit. Na, klar. Ah. Oh. 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 Geil. Can't open shit. Du sprichert die Erneuigen. Was? Elfgrillende Elfie? Du früillende Elfie. Du früillende Elfie. Nee. Wer ist damit? Jezus war so close. Every single time. Okay, das ist okay. Okay. It's gonna be rather hard. I'm gonna be rather stupid! Ich hasse es. Ich hasse es so. Exciting. I hate this guy. I hate this guy. Just stop. I hate this guy. You too. It's so. Exciting. Just stop. No, no, no! Don't do that to me. What? Blal! Exploded! Hm! Oh yeah! Hallo, ich höre immer noch The Unicorn International 3D ... ... und habe kein Leben! So. Ja? That about sums it up. Oh, Yassi! Yassi hat gestern auch mitgezeichnet in Minecraft. Das ist übrigens, was ich in Minecraft noch vorhabe, mit dir, Sylvan, Yassi, Lauri und mir, also im Fünferteam, zu zocken in Minecraft. Da gibt es so eine Map von Seth Bling, ich erkläre dir das ganz kurz. Es gibt quasi verschiedene Lanes, die aus einzelnen Räumen bestehen, in unserem Fall dann wahrscheinlich fünf. Ganz am Anfang kann jeder sich ein Thema aussuchen, das schreibt er dann auf den Zettel und legt den rein in den Dispenser. Dann werden die Leute wieder random zugewiesen oder halt einmal rotiert und weitergeportet in der Lane, kommen dann in den Raum, wo quasi der Zettel am Anfang ist, nehmen den Zettel, bauen dann. Dann wird jeder wieder eins weiter rotiert, auf der gleichen Höhe aber noch, also zu dem Gebauten von jemand anders. Dann müssen sie raten, was das ist, schreiben sie auf den Zettel, legen sie in den Dispenser, dann wird man wieder weitergeportet und nimmt dann wieder das nächste. und zeichnet es, und das ist quasi wie Telefon, wenn zum Schluss das richtige noch drinsteht, ähm, hast gewonnen. Beziehungsweise, eigentlich ist es nur witzig, weil da immer Scheiße rauskommt, logischerweise. Okay. Dann wird auch aus irgendeinem Shit, irgendeinem noch shitigerer Shit. Das ist die Zusammenfassung, besser. Aus Shit wird shitigerer Shit. So wie hier, wird auch aus Shit, shitigerer Shit. Hahaha. Hahaha. Du gehst gerade. Sack. Sag ja, shitigerer Shit. Praus Down. Loser zählt da. Psss. Loser, psiu, psiu. Zurück? Ai 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 ai, yo. Your laser is quite the shit. Der laser is"? Geil. Das war so hart! Could not handle! Na, versetsch mich! Schrei doch nicht! Nein, ich krieg Angst! Was ich'n Scheiß mag! Alter, ihr habt zum Schluss hier 20 Companions! Schau's trotzdem aus, Zweiche! Gott! Alter, ihr habt halt so viele Companions! Ich bin von einer Seite zur anderen gelaufen und die zieht's ja dann so ein bisschen hinterher. Und die haben fast eine HAD. Warum denn ich so hinterher zeige? Das sah so cool aus! Schmulig! Psiu, Psiu, Psiu! Schaut sich halt ans eine Ende vom Raum. Psiu, Psiu! Ich find's so cool, dass so eine schmalere Bäume gibt und so. Ja! Es hat echt was! Ich könnte's eigentlich aufstrengen! Nö! Yes! Oh, jetzt werden wir jeden Sieg getragen! Jeden Sieg getragen! Oh mein Gott! Nimmer lang! Wir sterben jetzt! Komm, geh, geh, geh! Das sind alle noch! Jede Lille an den Tierbordlöchel wird uns immer gefolgen! Tch! Ich glaub' keine Hinnerei! Ist das immer noch Giftig? Nee! Was ist das mit der Hand? Jede Kiste wird so eine rote Kiste! Will ich das? Nee! Na wirklich! Was ist eine rote Kiste? Das ist so eine... Double-Chice-Zweiß, so glaube ich so. Da kann wenn irgendwas Gutes oder Schlechtes loskommen. Ich dachte, ich sehe die Secret-Räume! Ja! Okay, dann spüße ich mal kurz her! Und schau schnell neben dem raus, wo das anliegend was hier ist! Ach so! Das ist sofort! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Ich krieg's mal auf! Oh! Ich will was Randomes! Verlust! 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 Jetzt haben wir noch eine Karte! The Lovers! Spawn 2 hat sie! Gut, kann die Yamaha eins nehmen und landen nach dem Boss! Kannst du auch direkt vor dem Boss nehmen können? Ja direkt vor dem Boss! Ja direkt vor dem Boss! Ja! 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 So, da war er schon! Ich bin schon alles! Und diesen Ding hat da oben! Ja! Let's do the fight round! Oh man! Guck, das sind die Sturbelchasts! Ui! HF! Oh! Oh! Diese Raupen! Diese Gotti Raupen! Oh Gott! Oh! Was bringen die? Das ist zu wenig Schlechtes! Es ist zu wenig Schlechtes! EASEL INSIDE! Ah schon so was Schlechtes! Puck you! Das Multiplite ist schon wieder! Ehh egal! Diamonds! Diamonds war ein Geld! 30! Hatten wir in den Shop gehen! WAD Shop! WAD Shop! Was ist jeden Shop? Stock immer im Shop! Es gibt auf jedem Shop immer einen Stock Ja, jeden Stock immer einen Stock Da ist schon Kauf die leider, Alter Die ist der Shit Stimmt Na, da ist der Shit Kein Geld einzahlen Das hat's aber Ja Ich hätte gern zumindest ein Backup hat's Das könnte man kurz rüber oder irgendwas kurz aussehen Nee, nee, das eine ist zu groß Also der Pille Echt? Ja, das war ein langer Weg Oder Desodament So viel Bridge holst du auch nicht? Haha Wettbewerb Riesenbrücke hingefetzt Gut Wo war denn der Boss Raum? Ganz unten links Hey Macarena In dem Secret Raumschop Tui, tui, tui Tui Tui, tui 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 Oh, da ist er Oh, da ist er Oh, da ist er Wait PEEP Oh, der ist Shit Der PEEP 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 Oh, ich hatte einen Touch, du What's he doing? Er hat sich eingefest Er hat sich eingefest Tui 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 Und jetzt Ich bin live Und dann Oh ja Ye Langsam aber sicher machen wir Fortschritte Oh, mein Gott! Ja! Ja, 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 ja! Du! Du fühlst dich in dem Spiel so dumm, wenn die Gegner dich treffen. Ja. Das Spiel schafft das echt. Es deprimiert dich einfach immer, wenn er dich trifft. Immer. Ich bin der dümmste Mann auf dem Bild. Ja, und es ist bei jedem Schuss scheißegal was. Ja! Vor allem, weil es so simpel aufgebaut ist. So, die schießen ja eh nur geradeaus. Geil, ich kenn die Metten. I lost my mind. Manipels! Manipels! Pitifly! Schon wieder was? Es sind langsam echt viele Companions. Pitifly! Pitifly! Pipifly! Pipifly klingt so gut. Ich hab schon ausfallen, dass diese Level 2 umdummelt. Ich hab schon ausfallen, dass diese Level 2 umdummelt. Ne! Weil du wahrscheinlich nepte. Ja, tschüss. Das ist sicher. �arte! Es wird nicht mehr Damage output per Sekund. Es ist so lazy, Adam. P después! Ah! Ich kann da raus! Luke? Luke, ich habe das Le irregular. Ah, so cool. Vor allem einfach, ich kann alles sehen und jetzt kann ich nichts sehen. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir waren. Da war ich schon. Da war ich noch. Ich glaube, da war ich noch nicht. 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 Das ist gut. Ich habe einen Rennen im Back. Ich habe verschiedene Sachen gemacht. Geh rechts oben in der Ecke und links unten. Ah! Ach so! Ich bin da nicht hin. Oops! Rechts oben und links unten. Rechts unten. Amnesia! Yay! Das ist gut. Das war nichts. So, 0x0. 1x2. Arme Wizard. Arme Wizard. Was? I'm shooting! Crazy! Was? Oh, nee! Sie sehen uns immer so dumm. Das ist so. Oh, für eine Zeit lang. Für eine Zeit lang. Ich auch. Ich bin ein Wizard. Ich bin ein Wizard. Ich bin ein Wizard. Ich bin ein Wizard. Vielleicht ist ein Troll. Oh ja, es hat aufgehört. Dank Gott. Dank Meme. Oh, was ist das? Ein Buch. Let me take a book. Favorite! Äh, mehr Pillen sind cool. Ich liebe Pille. Okay, junkie. Ist das schon wieder cool, oder? Toot on touch. Das heißt, ich tröde dir das mal? Die Fortsch. Ah. Ja, ich tröde aus dem Arsch. Schau's gleich hier, ne? Ich hätte, ich hätte gesagt, genau das gleiche. Das aber gleiche. Oh Gott, hör auf die so random zu bewegen, du, Spinnen. Spinnen sind so random-movers. Okay, du bist jetzt ganz links oben. Let's keep that in mind. Shall we? Have we been here already? No, but it's fine. Oh, das gibt's ja viele Räume hier. Toot on touch! Warte, wenn man eine Runde geht, aber mal nicht. Das ist genau der Startraum, ja. Wie? BK, das Ding pusht mich weg. Nein, du hast ja gehalten. Freitain du mich! Da rechts auch nicht, da oben. Doch, damit sind wir nicht durch. Ne, ganz oben auch mal. Hoch, links und oben. Hoch. Da haben wir geradeaus zurück. Normal. Ich hab ja leider. Süß. Aber du hast ja... Gedächtnis. Ja, du hast ja Gedächtnis. Er hat fünf Keys. Doppelt von zwei. Haben wir es denn gerade gut ausgerichtet? Vor allem mit den ganzen Companions. Ich dachte, ich mach mal mehr. Let's do it! Haben wir uns Geld? Take some. Juss. I can make him explode. Moaren Kings. We're doing good. Ne. So viel Bomben und Schussler. Nehmen wir die Kamera. Süß. Ich hab mein Geld. Verkippt mich auch. Ja. Der gibt nur die gute Sache. Ja. Aus. Ab. Jo. Du dich. Geh nicht grad. Ja. Schon wieder Fly, love. Ja, als könnt ihr ja Fliegen nichts mehr machen. Das Oso, oder ich das Oso. Was geht bei so einem Boss? Bots. Was? Da? Da muss ich es zu bezahlen. Alter. Das ist unbelieber. Den Kolumbum. Tears ab! Even more Tears. Ich hab dir einen Leben. Ich hab dir einen Leben. Mit der Bombe, ja. Beide das! Beide das! Beide das! Wer macht dich größer?! Wie groß ich bin?! Ich brauche nur Leben! Aber in Boliden? Was gibt der? Alter! Ich bin sogar größer! Was ist mir so dumm aus? Du bist so dumm! Ich meine, das ist drin, wenn ich ein bisschen lauter bin, wenn ich ein bisschen bezüglich bin. Oh, shit. Look at it. It's look at it. Fuck! Fucking greed. He's a greed. Fucking greed! I fucking hate you! I fucking hate you for real. Habe ich noch wirklich alle in mein Torher? Gott! Das ist wirklich das, was wir gebantert haben. What could I possibly do? Make this explode? Laufen wir noch mit dem dritten Raum durch? Ganz durch? Ah, das ist doch rechts. Das ist aber, wenn wir fast durch jeden Raum durch. Du wirst mit Pilze aufjagen. Ja, das ist nicht so die letzte Idee. Was? Runter? Wir haben noch 14, warum? Okay, geh hoch. Das ist durch jeden Raum, weiß ich doch. Okay. Aber wirklich so laufen, dass man kurz die Raum aufjagen. Ich weiß nicht. Es geht aber nur um 7 Uhr ein, wenn wir über Steine fließen. Ich suche nach so'n blauer Steinmarsch. Ah, okay. Searching for the Bloomstone. Alter, ich bin so big, ich lauf das Zeug gleich tot. Nothing. Was ist denn? Tja. Ready, shitty again. Dann tun wir nicht. Dann haben wir so viele Pilze hoch. Ja, ich kann nicht sagen. Haha. Oh Gott. Shit. Aber da ist schon überall. Mist. Ja. Dann ist es Zeit, um ein Schrums zu machen. Sie sollten auch so groß sein wie mein Pferdelkopf. Ja. Pretty Fly nimmst. Pretty Fly nimmst. Pretty Fly nimmst. The more fly is the better. Ja. Mit Protection. Mist. Mist. Nächster Raum. Nee. Wenn ich eine Pille größer mache, mach sie dann zweite kleine oder doch? Ich hab mich schon die ganze Zeit umgelegen, weil ich so anscheinend. One makes you bigger. Das ist krass. Two makes you even bigger. Three makes you tiny. Tape. Die Pille nicht mehr. I got to, die da geht. Tja. Du musst... Goocks. Ja. Das wird mich hart viel schockiert. Ich muss noch ein paar Bomben wenden. Okay. Warte. Wir hoffen, wir sind ein bisschen Nonsens. Ja. Nimm's Ich war in der Runde Ah ne, warte Oh Ich hab's damit umrommelt Danke Nein Lecker Ich hasse es Ja, jetzt müssen wir ihn facen Ich muss ihn facen Ich hab ja Companions Nein Uh Ui Mega Fatty ist ein Ultra Fatty I'm soaking Krasst ihr, warum das nix macht Oh 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 Fucking ass You fucking You fucking with me mate Das war ein alter Troll Alter Spalter What's all this? Hahahaha One makes you larger? Fuck Cheers down Das hat man noch nicht Full elf Das war das Amnesia I don't care Amnesia Okay, gehen wir zum I think I'm bigger than you Oh Ich würde diesen Deal mit diesen Brecht oder machen Warum? Es bringt ein bisschen Mehr Damage Aber für ein Leben weg, dann habe ich nur vier Oh Oh blau ist der Hallo Ah Es steht noch auf dem Stream Warum das wäre es Aber in bis zum Glück Ach so, ja, ja, der Stream läuft schon Aber Ich müsste es, glaube ich, größer machen Und dann drauf Ja, ja, so Guck Jetzt macht es doch den Anfang Nö! Woll ich's nehmen? Wie viel mehr Damage ist das? Oh ja, Damage halt mehr. Aha! Afterbirth! You got it! Just do it! Do it! Hat man noch irgendwas cooles auf der map? Nö! Du bestell das aus wenn ich weiß! Mein Kopf ist so fett, er passt da gar nicht durch die Luke! Okay, das ist doch Fronk! Ah! Scheiße! Aber wenn ich das weiß, dass das 1 mehr so größer macht, dann macht die 2 auch größer! 2 machen dich noch größer! 3 machen dich ein Giant! 4 machen dich so groß wie ein Ruhl! So groß wie du bist! Nein, dann mach es! Warum nicht? I want to be bigger! Dann mach es! Ja! Du sagst aber da ist Dats Ingriezer! Ah! Mein Damage sieht schon ziemlich aus! Ja! Ja! Was ist das? Ah, ich hoffe nur meine Hitbox ist nicht so groß! Oh mein Gott! Ich hab ein Ziel! Aber dann haben wir dein Damage raus, das ist alles zu glänisch! Ja! Du bist doch awesome! I think! Du bist Hagrid! Wir haben diesen... Hagrid! Nein! Ich hab 1000 Companions! Ich bin ein Giant! 2 of Hearts! Was multipliert denn? Mehr Haftze! Ah ja! Also... Ich hab dir 2 Haftze quasi! I need them! Nein! Das ist die Haftze! 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 Das ist die Haftze! Oh, nimm das! Das ist schein... Shit! Temporary Damage! Für einen Raub! Ah, ok! The Sun? The Hanged Man? Ähm... Nach dass du nur einen Kopf bist und dass du quasi fliegst für einen Raub! Hahaha! So ein riesen Kopf! Blaui nur... What is happening? The Sun? What may the sun heal and enlighten? You! Heil dein wohl! I guess! Ja, ich glaub! Nicht... Nicht, dass ich jetzt... Groß wär, Blaui! Schreck dich doch dich ab, oder? I ain't even that big! Was ist schon mit denen? Why you no move, little sch... Schitz! Das trifft beides so und das macht so bewitziger! Du kannst da auch was! Na, aber na go hier! Du solltest steine überrennen können! Das Buch wurde genervt, es taucht kein Devil Deal nach nem Bosskampf mehr auf! Ja! Früher könntest du da einen Devil Deal immer hoch vorzwingen! I feel like I'm quite big! Mist! I can't get there! Wo ich so groß bin, das wäre nur ein Schritt für mich! Es nervt Fall sogar ein bisschen, dass ich so groß bin! Das wäre gar nicht die Freude, ob das wirklich am Anna will tun! Ja klar! I wanted it! Amnesia! Wuh! One shot! Alles klar! Oder two! Ja! Auf jeden Fall war er schon so tot als ich trippen konnte! Und ich hab gerade nachgeschaut! Es gibt kein Onlinekorb! Nein! Sauber nein! Oh! 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 Ich will PILEN! Ey! Der Hund! Ich will noch größer werden! Oh! Super GRI! Wie GRI, wie geht's denn? Ja! Super Uber GRI! Mega GIGA GRI! Aber mit meinem Damage schnapp ich den weg! Ah! Kein Problem! 50% Steam Sale! Yeah! Ach ja! Ich war gerade Zeitung ausliefern und hab bitter gefailt! Ich hab gesagt, das ist nicht ganz so toll! Zeitung austragen ist nicht the shit! Ich hab den Totenkopf gerade gesehen! Ist das nicht zu lilfen?! Ich hab den Totenkopf angekloppt! Ah! Hey! Hast du auch gesehen? Ich hab den auch nicht zerrt! Was ist da?! Das ist gut, das macht dass du Blast bist! Du fühlst bläst! Bitte was?! Alter, ich sieht halt echt nichts mehr! Das ist Destin! Oh mein Gott! Das ist der Fake-U-Tschuss! Oh ja, ist es! War das erste Mal und das letzte Mal, dass ich das mache. I told you, bro! Mein Gott, ich bin ein iPhone-Tschuss! Oh mein Squirrel! Oh, ein Schuss und der war tot! Oh, ein Schuss und der war tot! Okay, so! Warum habe ich da so ein kleines, viereckiges Ding? Das ist dein Schild, oder? Ah ja! Ach, Schild! Ah, ich kann das Herz... ...bäunig! 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 Oh, du kannst das holen! Die Brücke müsste so zusammenbrechen! Hahaha! Die handelt so einen fattigen Typ locker! Ja, für jeden! Ja, sieh nur! Was ist passiert?! I just grew! Er hatte ein paar Pille, gellst du? Pille! Steroide, herregner! Pille, mein Freund! Pille! ...haha! ...dann! Ich habe mir überlegt, wie ich das Herz mache! ...dann! ...dann! Oh, der ist schlopp cool! ...Fear him! ...ich ist noch ein Companion! Ich habe so viele Companions und ich bin so groß! Du bist nur ein schönes Wegenplayer! ...Otherwise, ich kann nicht sehen! Au! Told ya! Jetzt muss ich ein Rammel machen! ...öhh... ...voll biess!!! Wow, Mann, ich lauf' irgendwann in das Stacheln! Das kann ich gar nicht sehen! ...warte, wir handelt den Companion, was wollt' wir hier eigentlich noch? Ahhhhh! Danke, Handelt! Ich hab's bestimmt... ...mit meinem Furz zerstört! Ich hab' Zeitung ausgeliefert und es lief einfach noch schlecht. So, das war ein blauen Gerichtnis. Aber ich bin doch groß! Das ist kein WTF! Gut. I feel ready for a fight. For a fight I cannot win! Ich bin das letzte Rufen. Der Kampelgritsch. Was bringt das? Mehr Damage für einen Daumen. Und das macht, dass du rote Auge gritsch und die Blut aus die Auge losläuft! Freitening. Freitening. Ich könnte da schräg drüber laufen, aber ich kenne meine Hitbox nicht. Und wir haben 43 Münzen also. Der Fallen. Der Jago. Oh mein Buch? Ups. I don't know. Let's fish. So, we're gonna go down. Ist das geil? Bestimmt. Ja, du bist ein Companion. Ein Companion! Ich hab ja noch keine Hau... Was sieht hier kaum, ich bin so groß! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab mich ein Zahnhäubchen! Zahnhäubchen! Lass da einen Versuch, ob da ist echt komisch. Kannst sie. Okay, dann lassen sie aufhauen. Lol, kannst sie. Hä, der könnte doch auch Heal sein! Ja, sehr gut. JIT! JIT! Komm, check's auf! Pfff! Kopf ist immer noch zu groß. Wenn die Riesen-Run verlierst, bin ich fertig. Leck mich, Blaui! Weil ich genau weiß, dass ich ihn verliere! Jetzt... Hab ich sogar rotes Zeug hinter mir! Ich seh ja nicht mal was! Ob da noch ein Gegner steht oder nicht! Natürlich werde ich verlieren! Ich wusste jetzt immer, dass es sich kleiner macht! Ja, aber mein Damage auch recht erhält! Ja, das heißt wie Touch, Fuzzy, Get Dizzy! Diesen Killster! Ich hab Angst vor meinem eigenen Geist! Ist gut, gell? Ähm... Schwumm! Ja! Schwumm! Wollte es sein, dass das Item so freesightet, können wir wieder Bock hätten schauen, aber ich glaub, mehr Tears ist ziemlich okay! Ja! Spiel mal gleich den Greed-Modus! Nein! Ich will erst mal hier noch ein paar Charaktere freischalten, FD! Wir wissen immer, was der Greed-Modus kommt! Ja, Bro! Erklär uns doch einfach, was der Greed-Modus ist! Poco, der nimmt ja, der steckt ja EI! Was war der Boss eigentlich? Puff! Little Shit! Zäh! Diese große Scheiße ist einfach kleiner wie du! Natürlich! Alles ist so ziemlich kleiner als ich! Oh! Let me tell you why this is bullshit! Let me tell you why this is bullshit! Skitchfairn und große Gegner! It should have hit my, my head! Look! Ah, nevermind! Also, ich find eigentlich mehr, mehr sinnvoll geil! Mehr Damage? Nee, nee, nee! Mehr Pillen! Ja! Ja! Ja, wenn du gescheite Pille hast! Mehr Pillen würde ich immer wieder nehmen! Wenn du gescheite Pille hast! Es gibt auch manche Rents, da hast du einfach nur Scheißpiller! Keine einzige Gute! Die Gute! Die Gute! Was machst du denn so aus wie? Bad Gas! Einmal so 14! Pheromone! Wurden auch so Pheromone rausfurcht kurz! Und das sind dann deine ganze Gute Pille! Denkst du auch so? Nee! Das Pille gut sei! Ja! Ist sie warm? Ah, langsam fliegen die Tears! Nee! Why should I? Bei Meditears ist das bestimmt praktisch! Zufall das ist zwar kein gutes Beispiel dabei, aber... Die AOE von vorhin vielleicht? Ja! Ich weiß, dass wir dann mehr AOE machen, aber shit! Smesh! Wie viele... Seelen? Ja, Seelen hat's erwähnt! Alle! Gute Antwort! Gute Antwort! Das klingt so... Das klingt so als ins Gehle! Im Game! Ohne jetzt tiefste Auen! Nein, danke! Neeein! So, das war diese Run, den du übrigens hab ich auch geantwortet! Das ist ziemlich schön! Oh ja, richtig! Wo ich deprimiert war, weil... Unser Mom vorhin reingekommen ist! Ja! Yes! Ich hab keine Ahnung was es ist, aber... Ich hab keine Ahnung was es ist, aber... Das... Jushu? Sieht cool aus! Tut's ja! Jetzt warten wir auf Blauis Antwort! Blaui, nehm ich dieses komische Kreuz? Was? Sollen kann man ja schon mal den nächsten Raum machen? Okay... Er wird schon noch ne Antwort finden... Vielleicht... Oder er weiß es auch nicht... Boah, er hat schon Raum... Alter, 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 alter! Ist der heftig! Wuuuh! Der war knapp... Junge, Junge! Habs fast nicht geplack... oder gepackt Do I really want to do this? Es heißt Chaos und würfelt alle Itempools neu Alter! Aber ich will noch größer sein Nein! Kuck, ich kann noch Schaden dazu kriegen Ja! Sag mir gar keine Schaden! Hahahaha Ich weiß egal The bigger the better! Das macht gar nichts, das macht mich echt nur groß Hashtag hat nur das größten Wahnsinn Scheiße Damn Ich kaufe ein So Huuuuu Geil Giant Bondo Ich seh nichts Hahahaha Stablarvig Hahahaha Wahrscheinlich müsste ich nur drauflaufen Hahahaha Oh das ist Das ist so ne Da ist einfach so ne Explosion quasi Ores Tiers um dich rum Das sind so im Feld Ist das so ein aktives wie die Pillen? Das ist so eins wie das oberlings Ahhhh Aber das macht mehr Schaden Ja ich glaub das ist besser Ja ich glaub das ist besser Ja ja das ist besser Oh, drei Schuss tot Das ist nicht Bigger the better! Hahahaha Das ist nicht Bigger the better! I wanna get bigger! Ihr feller heißt nicht The Bigger the better! Hahahaha Aber wir heißen nicht The Bigger the better! Hahahaha Halleluja Wie schnell lauf ich eigentlich? Kann das sein? Dass ich voll schnell bin? Oder mei ich das nicht? Weil das einfach so groß ist Hallo Sebi Also I ain't even big Hahahaha Und die sind echt langsam? Ja Wow Das ist dumm Hahahaha Ich bin größer als der Boss, glaubst du? Ne? Ah shit Okay Okay Die Boss ist größer als ich Hallo, ich seh ja nix Das hast du dir voll und ganz selbst zu tun Hahahaha But I really wanted this I wanted this so bad At least I'm dealing damage Hahahaha Warte, da war was? Da isch was? Lass eins runtergehen Alter Oh ja, da isch ja was Oh, das war glaub dieses so Auflad gedöhnt Aber Blaue wurde bestimmt gesagt Oh mein Gott, nimm das unbedingt wenn's das ist was ich denk was das ist Ach so Blaue Äh ne Ezio sagt Hi, I am wieder da bist und nimmst du nie dein Mikrofon wenn Gollum da ist Weil man ihn dann nicht hört Wir stellen es einfach hin und tun so als ob wir es benutzen würden Jetzt kannst du das Item nicht mehr kaufen, dabei wäre es recht nützlich gewesen Hä wieso, wenn's einfach random würfelt Sagen wir lieber ob ich das hier nehmen soll Guck mal das Herz ist gar nicht mal so klein Ja, das ist größer als mein Charakter Oh mein Gott Ja Horror of Babylon Bei einem halben roten Herz erhältst du Bonus Damage und Speed Nö 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 doch, nicht so awesome Okay Can I walk straight? Wo ist der gerade reingefallen? Ist das kleine Loch? Nein, vor allem ist er der Vorrunde komm Alter Ja 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 Ich hoffe ich bin nur so klein Ist das cool? Ne, glaub nicht Glaubst Das war ein normales Stellst du aufsprecher? Ja Let me do das Chur Ho Ho Tour of Spades Ah, gib eine Bombe Verdoppel deine Bombe Tour Oder auch meinen Schlüssel Wir können es uns eh nicht merken. Aber ich schwarz denke immer, wenn wir einen Bomber. Etio meint, mach einen Give-Away über einer deiner Haare. Das lohnt sich. Etio? Der will deinen DNA-Rewurst finden. Ja! DNA-Stealer. Kann ich schon brauchen, oder? He wants my DNA. Ab hier geht es schon über die Grenzen. Grenze total übertrieben. Ja, mein Give-Away über eine Größe. Was? Nein! Ich groß... Nein! Keine Sorge bleibe, wenn du mal so eine Philippine nimmst du gleich wieder. I don't know. Witzig finde ich es ja schon. Nimm die Hose! Ja, ich soll die. Ich meine eigentlich die Bombe gerade. Das ist schon okay. Schon okay. Was mache ich denn mit meinem Leben? Ich bin viel zu groß für diese Welt. Das macht es manchmal echt schwer für mich. Was? Nein! Ich glaube nicht. Alter! Für mich auch. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Lineal? Ja, ja. Halloween hat es genommen. Oh. Jo. Also... Ich habe auf jeden Fall aus meinem Fehler gelernt. Ich nehm es nimmer. Nächstes Mal, wenn ich es an dem Gewohnen bekomme, nehm ich es nimmer. Ich muss es einfach... Ich muss es mal übertreiben. Um zu wissen, wie immer ich übertreiben kann. Ja. Aber wenn ich nochmal so eine Bombe... So eine Pille kriege, nehm ich es trotzdem. Weil es einfach diese eine Run ist, indem ich es übertreibe. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, oh! Ich farrte! Das bedeutet was mir. Haha! Das ist immer wieder. Kann man sich gleich mit dem Skull fahren. Das ist eigentlich ganz gut. Can you see it? Ich schieße auch für dich, falls ein Ding kommt. Eine Fliege. Ich schieße auch für dich. Es gibt auch die Pille, die eine machte dich kleiner. Schau mal, Glauja hat geschrieben. Energy. Ja, nehmen wir mal vielleicht... Mh mh mh. Das ist ein Dollar. Ja, ein Dollar. Dollar! Wahrscheinlich wäre ich jetzt Soma. Weil, bitte ein anderes Baby? Ja. Ja, ob ich jetzt. Mh 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 mh. Aber die Pille mit One Makes You Smaller habe ich noch nicht gefunden. Ich bin Upside Down, Baby. Girl. Cool. Ich bin Upside Down. Cool, das hast du jetzt. Aber ganz ehrlich gesagt, das ist nicht immer. Nur für mich viel. Cool. Hab Freitag Schulaufgabe und Montag. Was? Ah? Anzieh! Something hit me. Something hit me again. Ich weiß ja nicht mal wo meine Hitbox ist. Ich fühl mich so sehr und dann... Oh oh. Speed Up! Auch noch voll. Ich bin so groß und kann mich eh schon nicht steuern. Oh yeah. I lost all control. Das käme ich übrigens mal sehr. Oh ja, das ist cool. Blaui schreibt mein Freund. Wir haben hier Rebirth. Slash Afterbirth. Wie wir seine Bibliothek teilt, hat mal ein Dollar zwei Mal in einem Run gefunden. Ja, hab ich auch schon. Bringt aber nichts. Hast du ja nichts dran. Ach zum Schluss keine 2 Dollar. Nee. Keine Zeit auch. Das ist unfair. Das ist unfair. Fällt uns eigentlich noch was? Nee. We got everything, I think. Ja. Freitraum haben wir auch schon gemacht? Alter, das sieht so cool aus. Ja, das ist halt... Oh, der sei ja DIN! Oder was auch immer. Ich stehe ja so ein Wildschwein. Ja, da waren wir schon. Ah, da geht's noch. Bin noch. Blub, 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 blub. Äh. Anzieh. Bomberman. At his finest. Can't see, lol. Gut, jetzt zum Bus. Angolom, ich mag deinen Pullover. Dankeschön. Der ist schon relativ neu glaubender. Es geht ihm darum, dass er blau ist. I guarantee it. Keine Sorge, ich bin laut, weil er blau ist. Ja, Ezio, ich bin der älteste Bruder. Herrgott. There is something in my way. I didn't see. Totally didn't see that coming. Mr. Freit! Du machst die kleinen, ich mach den großen, und dann gewinnen wir. Ich hab ein guter Uptimer. Ich hab eine größere. Komm, da tut den immer, ja? Nur mittig? Nee. So dumm. Pass auf. Dann schießt du den Streifer, wo... ...dem ich mal rufen will. Ah ja. Ah ja. Hey, ich dachte, ich mach einen Schaden. Ist du tot? Ja. Nö. Wenn die Tidei. Machst du einen Löffel? Ja, Merski. Warum seh ich so krankig aus? Noch Merski! Wie seh ich so krankig aus, eigentlich in diesem Buch? Das macht deine Auge leer und deine... Ah. Okay. Das ist so gut. Es geht ihm darum, dass er blau ist. Florian, 2014. Lass du reingehen. Ah, guck! Er hilft voll ins Nix! Dementsprechend ist auch meine Hitbox irgendwo so... ...zwischen Kopf und Füßen. Da ist sie immer. Egal. Sie starb, wenn eine Flieger drumherum kreistet. Kann open, lol. Okay, lol. Karnisja. Don't take it. Just don't. Wie lange noch? Ah, ist ja zu. Sind deine Eltern geschieden? Nein, unser Vater lebt nimmer. Falls dir das deine Frage beantwortet. Und du dich jetzt sehr schlecht fühlst, weil du dir denkst, oh shit, hätte ich noch nie gefragt. Ja, das geht leider nicht so. Ja. Aber keine Angst. Wir nehmen es dir nicht übel. Oh nein! Lass du! Lass du! Lass du! Lass du! Oh, falsche Taste. Hahahaha! Wuhuhuhu! Jetzt geht echt, du Größer. Geht so... Alter, wie ist das? Ich bin so... Can this possibly be? Ist das nicht so... Willst du's Aufspang? Do it. I ain't even that big! Das ist so dumm, Alter. Es ist nicht mehr arg für Größer zuvor. Das kenn ich zu dir. Ich find schon. Haha! Er füllt jetzt mittlerweile fast von einem Tor bis zum anderen alles aus, aber... Tempo, Dick, Hitbox hat er immer mit langsam. Alter! Für jeden Raum instant sterben. Für jeden Raum instant immer kleine Ausbaut machen, weil du direkt im Nächsten wärst. Hahaha! True, true. Ich seh nix! Ich seh nur, wenn die Gegner losschließen, echt. Da ist irgend ein großer Gegner, glaub ich. Gar nichts ja nicht. So viel größer kann doch nicht sein als ich. Wuhuhuhu! Wuhuhu! Ah gut, Wuhuhu, Wuhuhu! Das ist echt nichts dabei, gut, ja! Renn ab! That's all! Oh Gott! Bald füllst du noch den ganzen Raum bei uns! Sorry bro, wie alt warst du da? Gab's dich überhaupt? Mein Beileid. Ja, natürlich gab es mich, sonst gäbe Scollum ja nicht mehr. Ja, Leute. Oder gäbe Scollum gar nicht erscht. A little bit of logic, please. Ah, das war 2000. Da ist mir doch dieses Scheiß geschehen, wie ichs war. Wow! Man macht damage. Okay. Ähm. Wie weit war ich da? Warte. Äh. 21. Ja. Müsste ich da gewesen sein. Oh mein Gott, we're the Pikachu. Oh mein Gott, we're the Pikachu. Oh shit. Äh, yes. I think. Oh, I farted. Can you even see? I can't see shit. Alter. Unstop. Das ganze kleine war mir eigentlich. Ah, ich hitze schon. I will kill dem. Alkade. Alkade. May I play? I ain't see shit. Ja. Normal. Ich glaub, dieser kleine Typ hat Angst vor dir. Das wäre gut normales. Naja. Wie ist er gestorben, wenn ich fragen darf? Ähm. Magenkrebs. Ja. Ja. Es sieht jetzt wie Sperma aus. Was? Jetzt fehlt nur noch ein Duplikations-Altern. Wovon redet Blaui? Was für Sperma. Was? Was? Say what? Was? 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 Wovon redet Blaui? Wovon redet Blaui? Wovon redet Blaui? Wovon redet Blaui? Ja. Oh. Keys. Scheiße, Mann. Ah. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann spielen sie noch heute. Was? Wovon redet. Wovon redet. Ich hab ein Nickel oder wie er heißt. Cool. Dang, Alter. Dang. Was hat passiert? voll verlieblich. Ah. Oh. Nice. I can see forever. That's quite nice. Leute, das war jetzt der Stream für heute. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir sind raus. Bäm. Ich hab mich gerade zusammen geguckt. Juchu! Deswegen drohe ich geglauben. Jute streut everything. Ich bin drohe ich geglauben. Sehr wahnsinnig. Sad clown. Naja, das noch. Oh, ich kann doch nicht durch spielen. Ich hab gleich kaputt gemacht. Warum nur? Vielleicht ist es auch geglaubt. Glaube ich auch. Kolas ist 24. Ja, richtig. Ich suche danach einen guten Kack. Nein, ich bin 24. Erst geworden. Jo. Hält der Laden eigentlich für immer? Der hier? Oder explodiert er auch irgendwann? Ich kann es auch nicht. Ich kontrolliere. Ah, ich seh's. Wie der packt, mein Geist. Geil! Was für random Shits da gibt, ey. Voll geil. Jo. Aber weil wir machen langsam Verlust. Ich schluss. Ja, ja. Haha. Das ist das letzte Level. Oh, ich bin Meta Knight. Von Pac-Man. Äh, von Kirby. Das wird, glaube ich, natürlich jetzt mega verloren. Haha. Amnesia. Eher nicht. Nein, danke. Oh, mein Gott. Ich hab sie weggeschossen ohne zu gucken. Ja, aber der ist einfach so gut. Ach, shit. Aber wir haben Leben übrig. Just in case. Ja, willkommen gleich hoch. Can you see? Ah, wir können den Schlüssel geben. Shall we? Ja, aber... Geh mal weg. Lass mich machen. Hahaha. Hahahaha. Ich werde diskriminiert. Nur meine Größe. Mach die Kirche, du mal nicht auf. Okay. Okay. Blau. Ich spreche.... Sagmarrity Hallnynnyrhetny. Warte ich schon... Ich weiß nicht. Blipp. Blub. Hehehe... entendle Tears. L only, L only! Oh, ich rufe mich. LÜL! And quite great too. Possibly... Possibly good. Alter, wie viele Kisten stehen denn da eigentlich? Alle. Ach so, das ist aber so ein aktives Ding. Nee, ich will lieber hier. Passives eigentlich. Ja, ja, nee. Was ist das? The stars. Aua! Deine Schuld! Sorry. I didn't mean to do this. Nee, lass mit Runde Gehr. Let's not go down into hell. Was ist passiert? Weiß nicht. Was passiert hier? Pretty Fly! Wo ist sie? Wo bin ich? Hübsche Fliege. Alter, ich will doch die hier aufmachen, wäschte Dom. Also ich glaube, jetzt haben wir alle Kisten. Was ist das? Das hab ich noch nicht gehabt. Äh, ich kann... Ab und so brauchst du meinen Schlüssel und die Tiere aufzumachen. Ja! Gut, jetzt kommt das hier raus. I feel way too big for this game. Oh! Die meisten lernen wahrscheinlich dieses Ding nur einmal an und denken sich dann zu gut. Jetzt weiß ich, dass sie dieses Ding nur an. Hahahaha! Hör das Ding zu! Alter, cool! Alter! Vielleicht ist es beim zweiten Mal geil als vorher! Let me do that again! Ich seh ja nix. Oh, der Evil Shit. Der Evil ist Shit. Der Evil ist Shit. Oh, ich bin so froh wenn's vorbei ist! Ich hätte nie so groß werden sollen! Wir wollen! Wir wollen nichts! Wir wollen nichts! YOLO! Du bist ein Blauer und dich enttäuscht wenn du diesen Rand nicht schaffst. Jaaa. DINONDS war geil. MORE MONEY! VON NOTHING! Wir haben halt viel von allem. Und... Es ist... Oh Gott, okay. Jaaa. Geht halt. Viel von groß, viel von schaden, viel von schnell, viel von Münzen, viel von Bomben, ein paar Schlüssel aber... Es ist alles okay. Alter! You little shit! You killed me! Ich hasse die Dinger! Ich bin ein Ninja Turtle! Ich habe Angst vor mir gekriegt, die war so groß. Obviamente. Paralysis! Jaja. Oh, I can see forever hat was gemacht. So, diese... Geht diesen Raum. Aber ich kann da nicht rüber. Ja, das wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen drauf. FÜLL FIES! Okay, jetzt können wir da rüber. Jetzt können wir da irgendwie drüber. wir hatten ja nicht schon genug Leben, oder so. Was hab ich da alles vor? 48hr Energy? Und ich habe das ziemlich abgescroed gerade, aber das ist's egal. Und das andere war hier, das... Das... Yes. ...undere war's. Digg... TIRS UP! Ah... Drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrt. Es hat genug unten geht. Scroed. Florian schreibt, hi, eine Frage. Stell einfach. Ich glaube, die können wir nehmen. Das ist mein Schuh. Oh, yeah, egal. Und das ist das, was wir haben. Schuh? Sind wir ready? Ja, wir haben das, wenn du das anders machen kannst. Mom, es ist hart. Es ist fucking hart. Wir haben halt kaum Leben. Also, ernsthaft? Ich benutze dein Buch. Ah, warte. Hier. Aua. Ich sehe ja nicht, wo ich bin. Ich fahre dich einfach raus. Ist das okay? I tried to... Ah, ah. Wie? Ich glaube, meine ganzen Companions handeln das für mich. Ja, ja, meine Companions haben es gehandelt. Wir haben den Eden freigeschmiert. Ich sehe ja nicht. Du spielst auf Minecraft, oder? Nein. Nein, die kleine Kiste ist da drin. Du musst, ich reclame mir die Kiste. Oh, wie? Genau, das ist jetzt. Nein, eine Sekunde. So, du unlockst EDEN! Geil! Wir haben ja Herz gebrochen. Ja, Florian, ich spiele kein Minecraft mehr. Schon lang nimmer. Eventuell spiele ich es aber jetzt nochmal, aber nicht mit der Community. Auf deinem Server bin ich im Knast, ich habe nichts gemacht außer einen Monat, nicht drauf gespielt. Kannst du mich raushöllen? Dich raushöllen? Ich glaube nicht, nein. Du steckst mich bestimmt mit Absicht da drin, nicht aus Versehen. Können wir uns noch einen? Wie ist denn der? Du hast immer einen EDEN-Token, um hier zu spielen, also immer einmal einen Minecraft-Server. Ja, Florian, wie heißt du denn auf dem Minecraft-Server? Antwort doch bitte mal den Moderatoren. Sollen wir mal mit Magdalene spielen? Warum nicht? Warum nicht? Jetzt bin ich wieder so klein. Klein. Und wir haben einen neuen Companion freigespielt, den hier. Oh, der hat immer gleich... A Brickty Fly. A Brickty Fly. It hurts so good. Plus 5 Bonus. Plus 5 Bonus. Woher brauchen wir? Ja, ja, du hast schon nur einen Monat nicht gespielt. F23. Hä? Nee, ich lass keine Leute aus dem Knast. Tut mich sorry. Das stimmt. Weil ich genau weiß, dass ich die Leute mit Absicht in den Knast stecke und nicht aus Versehen. Das schaff ich. Da überholt. Ah. Und jetzt nochmal, wer? Aber ich würde eures Herz behalten. Ja, stimmt auch. Kaum fängt das Spiel an, habe ich eine hässliche, graue Mast hier aufhängt. Undelievable. Skilton Key. Hör mir! Wir brauchen jetzt nie wieder Schlüssel, wartest du? Nur bei diesem Anstieg. Ah, okay. Schade. Ja. Ja. Ezio schleimt ein bisschen. Okay. Ah, wir könnten das dann aufbauen. Vielleicht stimmt. Ja stimmt, wir haben hier unendlich. Muffin. Hmhm. Kann ich da mal kurz nehmen, wenn ich mal ziehe, was das kann. Jetzt geh mal in die Mitte. Und mach das. Jetzt kannst du jetzt quasi jeden Raum. Weiß nicht. Geh mal da rein, erstmal. Das wär so cool, dieses PHD. Echt? Ich bring das. Ja. Nur eine gute Pille. Du könntest jetzt deinen Speicher springen da oben. Man kann nämlich hier über der Münze raus springen. Ob das sich lohnt für den einen Run? Ja, ey. Aber für welchen Run lohnt sich's je? Äh, für einen wurde einmal so großartig. Bitte weben? Ja. Das Spoiler! Du Spoiler-ing-me! Lass ihn so. Nö. Falt ja nicht geil. Ja, du schäßlich. Die hat schon einen anderen angefasst. Schäglich und häselig. Ähm. Weiß nicht, ich glaub wir waren noch nicht überall. Ich glaub... jedem regenerierende Scheidehau-Gens, ey. Lass mal hier eine Bumpe hinsetzen. Ich krieg die Schuhe an. Scheiße. Ich hab gekocht zu werden und so dran. Eine! Wir können das... Ja? Perfekt? Ich hab grad aufm Chat geschaut. Ahem. Ich war... Karkov-Tip-Tip. Du bist in Geld. Welter Typ. Der Typ! Den Helfer-ing! Du musst nicht spielen! Do it. Das nicht genug. Etzio, ich bin schon lange Minecraft-Server-Admin und ich weiß genau, warum solche Leute bei mir im Knast landen. Nicht so, weil mir langweilig war. Seherlich nicht. Aber ich kann mal nachher gucken, ob er und warum er Report-Rotifiles überhaupt... Watch out, Herr Fly! Aber im engen Raum ist der mega nah. Müssen wir mal deine Feldkampf jetzt. Na ja, warte. Nein. Haben wir nicht draufgestellt. Was? Mit dir, ey! Das heißt, wir haben dann zwei geklappt, oder? Jee. 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 Kann ich nicht mal, ey. Das geht schon wieder los, ey. Wenn du dich ordentlich verhältst, wird sich Folas darum kümmern. Ja. Ja. Richtig. Und nicht mit einem Junge. Was hab ich gemacht? Ich kann nie wieder mit meinem Freund spielen. Nee, nee, nee. Der Anfang zu heulen. Hilft keinem. Das ist der falsche Weg. Und Ezio meint Folas, hab ne Frage, wenn man dir und Gollum Nachrichten sendet, muss man nicht Hashtag an Folas, sondern Hashtag an Folum. Nein. Es geht hauptsächlich darum, dass es markiert wird. Nicht um das Hashtag an Folas. Nur weil ich einen Monat nicht auf dem Server gespielt hab. Entschuldigung, ich hab Hobbys und suche Minecraft nicht. Man wird nicht ins Jail gesteckt für Inaktivität. Kannst du jetzt bitte die Fresse halten? Danke. Jesus. Mit einem Rumgeflame hier. Oh, ich hab aber nix gemacht! Das ist schon zu gut. Nee, echt nicht. Ja, schau Ezio. Gut gemacht, Yasir. Du, deine gute Moderatorin. Wir lieben dich. Und genau Ezio, das meine ich. Diese Leute, denen sagt man, mach mal langsam, chill mal. Oh. 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 Ach so. Wir haben diesen Raumschirm. JAAA. Toll, echt. Das wär ein. Muss man sterben. Ja, alles wegen du. Und vor allem diese Leute, die immer gleich aggressiv werden, die haben eh was verbrochen. Immer schon. Von vornherein kann man davon ausgehen. Wenn sie kommen und BITTE ENBANN MICH, ICH HAB NOG NIE WAS GEMACHT Dann ist es eben nicht so Ich glaube ich erinnere mich auch, ob er bei F23 das irgendeinen Scheiß gebaut hat Aber ich weiß es nicht mehr Das wird nachher geprüft, Ende Da, schau Und schon ist er am beleidigen Öh, du Lappen, ich verpiss mich, Hurensohn Wow, echt stark Wollt echt unbedingt auf mein Minecraft-Zaubo spielen MEINE Fresse, ihr Kiddies Ich bin ein Arschloch Ich bin ein Arschloch Nice roll Hallo an Yadmiris Ich kenne das Arschloch-Spieler So bisschen Merm-Merm-Ban oder so Ich kenne das Arschloch Hahahaha Everything's better than an asshole Du kannst übrigens jeden Raum die sich befassen mit dir Oh ja, alright Ah, sag ich... Ding! Baaage Timing! Gut, ich eh nur einander Oh, ich kann sie zwei mal in der Raum Oh ja... Oh ja... Ich bin ein Arschloch-Spieler FANCI! Baaage Timing! Price Bombs? Baaage Timing! Shall I use them? Waaage, wir versuchen den Sieg dran, der Frau braucht sich für ihn Okay Oder was? Ich glaube, sie hat noch einen Braintrop. Wenn du nicht glaubst, kommt immer irgendetwas Randomes raus. Blaui hat Florian in den Weltraum geschossen. Gut Job. Da kam nichts raus. Außer Spinnen. Spinnen sind wahrscheinlich immer dabei. Spinnen sind dabei, ich muss ein Tipp. Ah, könnte auch sein. Ezio meint nur, ich weiß jetzt schon, warum er im Gefängnis ist. Ja, ich auch. Ich auch. Aber das ist nicht so schwer rauszufinden, wie du siehst. Du musst den Leuten nur von vornherein sagen, nein. Und je nach Reaktion, weißt du dann ganz genau, ob sie es verdient haben oder nicht. Und hier ist der Fall wohl klar. Case closed. Was? Wie geht's? Was? 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 Bei den kleinen kreieren Babys. BOOM, Baby! Oh, ja. Oh, ja. Däammn, bro. Ich hab solche Leute durchgehend. Also Ezio! Sag mir noch einmal, ich hätte keine Gefühle. Ohne Spaß. Ich weiß genau, was ich tue. Ich mach diesen Admin-Job schon geh-wig. Bitte. Ich höre das immer so oft Ja, Alter! Ja! Das ist echt cool! Irgendwann wird Chase the Cup und Nahe drücken, Alter! Immer, immer? Mal schießen Ah ja Warte, ich bin auch nicht offen bei uns Right Oh! Was denn? Ich kann's nicht bilanzieren, wenn's falsch Ja Mit Gott deinem weit Oha! Du hast ein Leben verloren, du du! Rauf! Schnell um dein Leben! Oh oh Jetzt der final Boss Ja Bitte, was denn? Ich wirst fukken fancy Ich würd's benutzen, wenn er zweist ist noch Oh! Oh! Nimm das! Will immer auf zwei Sachen gleichzeitig achten Jetzt ist Spaßfreit auch Ja Steh nah an den Rand 3, 2, 1 Oder auch nicht! Warte! Jetzt! Ah! Was? Ja! Ich hab dodgy gut gezogen! Das dodgy bitch Wir machen keinen Schaden, Bro Wir machen den Schaden, Bro Wir machen den Schaden, Bro Okay Ah, und B! Der war, der war Undodgeable Ja, ich finde diese komische fliegende Schüsse da Ja, gell! Die sind so voll unberechenbar Du weißt schon, wie hoch die fliegen Und dann sind sie plötzlich vor dir Ja! Du weißt schon, ob ich diese Schaden achte Ja! Aber das ist trotzdem noch Quack die Ja, ist sie Ja, ist sie Eier, Kitty mit Ö, H, Penis, Huchens und Lappenbeleidigungen ohne Grund Ja! Das... Beschreibt's ganz gut, würde ich sagen Wie schnell Ich hätte gern jetzt meinen PhD, aber... Da ist nicht genug Geld in diesem Welt Das war ja, ich habe schon gedacht Ach so Ach so Oh Ich dachte mir gerade, wo kommt die Musik her? Dankeschön Jatirnisi Ich finde den Namen sehr schnell Danke für den Follow Und willkommen in der Meta-Song Ach so Ja Ich habe da einen awesome Sound eingebaut Fancy as fuck Ich bin die Welt Jeder hat ihn, jeder Hallo Mo That was awesome Ich bin die Welt Shootings... LOL Ich bin ein Globus Ich bin ein Globus Ich habe einen Schaden, das ist der große Globus Hahahaha 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 Oh, wir sitzen gar keine Scheiß zum Zerschießen Ja, gell, jetzt haben wir so'n awesome Na ja, also awesome möchte ich jetzt also mit werden I am so cool Not Yo, wie viele Leben hattest du? Okay Und wenn wir sie was tut HELSERKUGEL I SEE MY FUTURE Ich bin so'n Ich bin so'n Klar aber auch Ezio schreibt Wird mal Zeit den Sound zu ändern Bei Follower ist voll alt Änder mal bitte Hä, warum denn? Sonst nennt man KULT Ja, KULT Was sollte ich denn ändern? Hä? Man hört ihn doch so gut wie nie Ja, zur Zeit Zur Zeit, ja Und selbst wenn, ist er trotzdem cool Jaa FANSIBOMM Die macht nix mehr Ich glaub, die sieht einfach nur groß Jaa Du kannst übrigens grad durchlaufen Wenn du bist Hmhm I'm blind Ich hätt' Leertasche machen können Aber I never think of this shit Ich hab' gar keinen drauf Hier Jaa, richtig Hä? Ich hab dran gedacht Guck Du bist'n Blaui Ha, ich bin so'n Blaui So was zu sagen Jetzt darf ich quasi nicht sterben Wenn's'n Blaui geht Wenn's'n Blaui geht Wenn's'n Blaui geht darf ich jetzt nie mehr sterben Ich hätt' auch'n Sterber Davor als ich Meta Knight war Jaa Gibt es was Neues seitdem ich nicht hier war? Ich glaub' nicht Oh, ne Ich mach'n Warte, warte Warte, warte Da ist'n Sekret Da ist'n Sekret Ein Sekret Ich hab' da Ich will's durchspielen Ach würdest du? Ja, würd' ich It's shit Just Money from shit Scheiße zu Gold Ich mein's im Thema Postfach Nein Leider bin ich letztes Wochenende nicht dazu gekommen Ich versuch' es Dieses Wochenende zu schaffen Und die Chancen stehen gut Weil Mona muss zwei Tage lang arbeiten Freitag und Samstag Aber Ja Das macht mich nicht auch viel produktiver Das zeig'n mich Das wäre was Unfall was Ja Ja Perfekt Dann würd' ich mir jetzt auch noch ein Ich hab' gut Jetzt weißt du einfach nur, dass das Schlüssel ist Ach so Ah, sieht recht fancy hier irgendwie so Sieht aus wie Totenkopfschlüssel, ne? Ja, ich will es Ja, komm Less is now more Plus two keys Ach, wir haben einfach Schlüssel gekauft Zwei Stück Es sind immer Es tottet immer zwei Schlüssel Aber wir haben doch zwei dazubekommen Ja Oder? Wahrscheinlich jetzt das eine Mal zwei Aber jetzt Ach so Jetzt muss ich nochmal zwei sein That's ok Wie wär' sie Ah, ich hab' ihn Weibhä Schiiiiit Schiiit Schiiiit Es kam mir gerade so hin Schiit Ich habe das noch nicht Ja ich habe das noch nicht Na, da sind die Spots Ja Jaaa Ja Ich weiß ja Ja Du folgst mich ja I'm gonna hit you. Anyway. Oh, you badass. Jetzt schieb ich ihn gleich auf dich drauf. Was sagt Elovin jetzt zum Lineal? Glaubst du, ich komme an dem Streamer zu ihm zu sagen? Dass er ihn kriegt? Probably not. I'm sorry. Ich sag's ihm nach dem Stream. Woah. Oh, bro. Komm, ihr Tadys. Oh, oh. Das sieht böse aus. Oh Gott, der hat das Band. Das war die punktlichste Gegner überhaupt. Wieso schaffe ich's immer eigentlich vorbei? Wo? Wuppidubidubi. Ich bin mal reingelaufen. Du, wie toll. Warum bist du nur so ein Noob? J.K. Woah. Der war fies. Ja, der war fies. Fies, sag ich. Wieso? Ich bin hier auf fies. Auf fiesness. Jetzt ist aber der unsichtbar der Front. Nein, er ist dort. Er ist dort und ich hasse Stiefel. More range. Na ja. More Tears oder more Damage wäre mir ja lieber gewesen. More range! Zum Glück habe ich hier mehr range. Haben wir irgendwie viele Pots auf der Map rumliegen? Na ja, wir können eh nicht zurück. Ach so. Ja, wir haben noch zwei. Oder so. Wenn wir fast zehn oder so. Wenn wir fast zehn oder so. Wenn wir fast zehn oder so. Das war schneller. Speed up and size down. Das hat ein Fein war. Hey, du hast schon eine Kille bekommen. Ach. Oh, soll ich nehmen? Ja. Do it! One makes you larger. Was? Dieses Mal war es ja nicht mit Absicht. Ist okay. Aber dieses Mal ist die Normalgröße. Schau. Gehen wir? Ja. Let's go. Ja, vielleicht kommt dir jetzt irgendein Gedankenblitz so. Oh ja! Fluttercase. Mit denen war ich noch nie. Gibt's die? Ja, er ist die Gibt's die. Gibt's die. Guss. Oh. Watch out. They exploding. Ja. Well, how did you know? Because I know shit. Der war gut, eh? Der war gut, eh? Woah. Sheyeyeyeye. Good kill. Oh no, no, no! How did I dodge? Let's go there. Blame. Yeah. You can do it again. Ciao. No, no. Oh fuck, Adam. How fancy was that? That's the last one. Oh no. Okay, that's right. Oh my god. Wait. Shoot out the fire! Oh yeah. Auch wenn man nicht rankommt. Ezio schreibt nur Golo. Folas hat Abitur. Ja. Der Abschluss nennt sich glaub' Fachhochschulabschluss. Fachhochschulreife. Richtig gut. Ehhh. Oh no. Ach. Woah! Zwei bad Assault. Ähm, macht jeden Gag zu scheiße im Raum. Flasch! Ich will das andere, das ist cool. Ja, und ich war dir gegen die Gegend zu scheißen. Das ist wirklich eine Scheiße, ey. Wobei wir ja durch Scheiße auch Ding kriegen, ja? Oh. Mann, war ein bisschen so ein Noob. Von dir habe ich mehr erwartet. Sie sind einfach nur lästig. Können nix. Sind lahm. Was ist das? Bitte, bitte. Bitte, bitte. Was bringt die Kiste? Ich weiß es nicht, aber sie kostet 15. Das wäre gerade so den einen Ding, aber... Ich würde eher sagen, hoch und warte, bis wir dieses einen Ding haben. Und dann diese komische Item-Karte, in der Zeit. Nein, Mann! Warum machst du das? Warum machst du das? Warum machst du das? Dammit! Ich fokin' hate dich! Das klingt mir im Allgemeinen. Äh, ja. Wie ist das? Wie ist das? Ich sehe das! Ich sehe das! Wir sind alle schlauer als ich. Nein. Wir sind nur besser in der Schule. Ich bin jetzt hier in der Schlau-Wir. In der Schule. In der Schule ist es sehr. Ja. Aber Schule sagt nicht wirklich viel aus. Wenn du mich fragst. Wie haben wir die Bombe übersehen? Nein. Wie haben wir die Bombe übersehen? Wie ist das denn? Wir kommen da eh noch mit zu. Scheiße. Ja, ja, ja. Genau. So. Hä? Noch mal Tricks. Tschiu! Tricks. War das ein Tricks? Wie ein Tricks? Oder war das ein Tricks? Ja. Mit Absicht. Du bist so großartig. Was? Alter! Du bist so großartig. Du bist so großartig. Jetzt stirbst. Wir müssen den Ursprung töten. Ich schneide die Schlange den Kopf ab. Was? Ich schneide die Schlange den Kopf ab. Ich schneide die Schlange den Kopf ab? Ich habe nicht. Infestet. Was habe ich eigentlich mal darüber gesessen? Weil ich Filme und Rappen und zu einer Gegend kürzen. Ja gut. Ich mache irgendwann in vier Jahren, wenn ich nicht verkackt mit der Reife auf der Wirtschaftsschule. Ich bin sechsiglasse Wirtschaftsschule. Okay. Und Hallo an Yvonne. Ah. Oh, wow. Was ist denn mit Korn da drin? Annoying Shit. Nicht die Annoying Orange, die Annoying Shit. Ich mache gar nichts aus. Und beginne den Arcade-Round. Ganz so viel Geld haben wir nicht. Noch nicht. Wohlbemerkt. Nein. Warum schaffe ich es nie? Bei den Bossen nicht. Bei kleinen Bossen nicht. Bei niemandem. Niemand kriegt ihr Schaden davon. Der Gegner ist jetzt nicht der harte Gegner, aber trotzdem. Der Weg aufsehen. Warte. Achievement, geh weg. Lockdown. Jetzt wollen wir erst recht nehmen mit Arcade-Round. Jetzt gehen wir aber echt gerade rapide nach unten. Kann mir jemand das deutsche Schulsystem erklären? Nein. Vorerst hattest du auch IT. Ich hatte mal einen Kurs, den ich nehmen konnte. Wir kaufen jetzt das eine Ding eigentlich. Ich hatte mal so einen Kurs zwischendurch. In der Oberstufe. Was ist da drin? Mom's Kontakt. Kann ich es nutzen? Ach so. Okay. Aber was... Du hast immer gesagt, dass Ivan ein Ding hat. Ja. Wahrscheinlich ganz okay. Ja, erklärt Ivan mal das Schulsystem. Oder den, die nicht-deutsch sind. Jetzt bin ich cool. Und Mo und... Komm. What? Ich will nur noch einen Fliegen hinten im Kopf machen. Mit häseligen Zähnen. Da hatte ich nicht dringend was. Da... Da kommen wir drüber. Verdammt. Okay, aber lass mal was anderes. Lass mal was anderes. Hoppe. Einmal gut. Feen seh... Oh! Ein Schlüssel und eine Kisch, den wir einen Schlüssel brauchen. Und... Und eins ist dringend. Sehr fancy. What? Ich glaube nein. Und genau so viele Leben, wie wir brauchen. Ah! Ein Schrumpf! Aber das ist der, der... Nicht so cool ist. Naja, nee, lass mal gut sein. Ja, immer kackig. Äh... Ehh... Ähh... Da, nein. Die Tust sieht aus wie so eine... Richtige Bitch. Mit diesem komischen Ding auf und dann... Keine Ahnung... Und dann die Stöckelschuhe. Und so voll abgemagelt. Voll fucked up, Alter! Ja, du musst doch nicht. Bitch! Oh, der Jarry Gaming ist mal wieder da! Hi, lustig! Hallo! Oh, neu! Stay behind, sag! Noo, that didn't happen! Töte es! Sie können! Wir schaffen dem keine... Stell hinter ihm! Schau dir das aus dem Ding, dann... Das hilft mir hinter ihm stehen! Der spruchst du nicht mehr! Halt die Fresse! Aber ich seh ja nicht, wenn er solche Dingers hier macht. Ja, ich schieß das aus dem Spiel. Einzige? Das ist das richtige Problem! Ja, du schießt das nicht mehr, gell? Ja! Alter! Jo! Es stresst so, es stresst so! Mach dir eigentlich viel zu wenig damage! Ja, ist so! Viel zu wenig damage! Eigentlich sollte ich fast durchgehen. Laufen bei dem! Doesn't have it! Ja! Könnt sich jemand aufregen, wenn ich hier drum schrei! Oh Gott! Das war ein Run mit Eden, Mann! Mit dem Eden-Token! Eden... Oh, was? Free Bomb! Aber ich kann jetzt jedes Mal mal verdient und ausleben! Ich dachte, ich hab das Bombing-Ding genommen, nein? Doch! Das doch! Ach so, da kriegst du schon... Ah! Okay! Was erwartet du? Äh... Bomben, die chargen mit der Zeit. Also... Vorraum! So ein aktives... Ach so! Ja, ne, du hast eh schon eine aktive Seite! Ne, deswegen hab ich mich gewundert! Ja! 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 Du musst immer flauschig bleiben, Polas! Ja! Ich bin der flauschigste! Wow! Dabei bleibt man mit dem Flauschig! Oh, deine Hand! Was ist NRW? Nordrhein-Westfalen! Ja! Stimmt, das ist das Problem, das ich am Anfang auch hatte bei diesem Spiel! Ja, du bist nicht gewöhnt, dass deine rechte Hand nicht auf der Tastatur liegt! Ja! Das ist ja auf der Tastatur geblaschig! Die rechte liegt nicht auf der Tastatur, sondern auf der Maus! Gewöhnlicherweise! Aber... I can't do shit with my Maus! Ja, das Spiel... Das Problem hab ich am Anfang auch von bei diesem Spiel! Oh, das zieht mit der Zeit echt, ey! Ja! Keep shooting! Pills! Alter! Kann jetzt mal was gutes von den Pillen kommen, echt? Jetzt kriegen wir nur so nen Kack-Gegner und müssen weg, denn... Ezio geht schlafen! Ich wünsch gute Nacht! Ciao! Kommst du mal ein bisschen schneller durchzukommen? Dann kriegen wir vielleicht Angel Deals! Aber in meiner Viewerliste ist der Florian immer noch da! Just saying! Wenn was würdest du? Äh... Schnau rücklaufen, du siehst das ganze Ding! Dann gucken wir auf und zu... Einstur auf! Das ist okay! Schneller, okay! Aber dann darf ich keine Kommentare lesen! So, genau! Schieß ihn ab, ich töte die Fliegen! Und du machst einfach durchgehenden Damage! Oh, oh! Oh, oh! Und du machst einfach durchgehenden Damage! Hölle, ja! Sehr evil, Bombezahler! Ah, jetzt ist der Florian plötzlich aus der Viewerliste verschwunden! Komisch! Komisch! Oh, oh! Oh! Try not to take Damage! Okay, schneller! hot! Stand authorized! Schnauinn, schnell, 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 schnell! Ja, brennt die Gegend und da sind noch Mümpfe. Oder immer. Ein Angelraum. Davon erzählst du mir jetzt? Das ist halt ja auch ein Teil. Nein! Ah, wir haben Pau. Warte. Ja, aber das bringt uns jetzt. Ah, ja, sorry, 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 sorry. Dolly. Ja, jetzt ist natürlich Kacke da. Ja, vorhin, wo wir es hätten brauchen können, war keine. Ich hätte das eigentlich aufgefallen. Da, 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 da. Nein! Uuuuh. Alle zerbrochen. Fah, hat nix gebracht, egal. Oh. Das Gegenteil zu Fullhead ist, äh, Bad Trip. Ich habe gesagt, das Gegenteil ist, wenn du nur noch einen Hard hast. Ja, aber ich glaube, das wird zu Hard Basen. Ja. Oh. Das ist, das ist ein Harder-Ram. Oh. Aber echt. Aber echt, hey. Und das ist ein Harder-Ram. Das ist ein Harder-Ram. Aber wir haben uns versucht, mich eigentlich immer zu nehmen, weil... ... man kann schon immer brauchen. Ja, das heißt, bei uns so ist dann wirklich ein Harder-Ram. Ähm. Das ist ein Harder-Ram. Wie funktioniert das? Nichts, das auch. Rainbow Tears. Das ist echt cool. Kommt die ab und zu, noch? Random? Ja, da haben sie Random Tears. Ah, ok. Wohin? Boss? Ja. Boss. Hallo Seran! Hallo Seran. Die ändert sich jetzt auch, die ganze Zeit. Ah, ich seh's. Deine Boomerang und alles dabei. Das volle Programm. Oh, ich hab Pisse. Wir haben Pisse. Haben wir immer den gleichen Kack? Ich weiß es nicht. Nee. Ist aber cool, dass wir den Letzt gleich haben. Ja, allerdings. Sensor. Die hat richtig Dammage. Ich hätte gesagt, das sind Äschte, aber schon okay. Sensen. Alter, meine Wechseln viel zu selten, ja. Ich muss sie nicht. Voll, voll U.P. Alter. Hab ich ihn eingefroren? Ja. Evil Rains shoot speed up. Alles klar. Ich bin jetzt Legendary Eagle. Oh, unexpected. Schwast. Wollen wir noch was? Ähm, zu zweck. Ah, nee, wir haben ein Ding Leben. Äh, ein Heiliges Leben Ding. Irgendwo. So, eins rechts. Runder. Rechts. Das wird ja auf der Map einfallen. Warte, lass rein. Mitten rein. Fass. Toll. Ja, du Depp. Nein, Alter. Dammt, nur. Da ist einer neidisch. Ja, klar. As always. Na gut, dann lass mich so gut sagen. Neeecht. Ich durche nur die, so zu viel, was du sagst. Die anderen, übrigens, auch immer jeden Raub. Also, wenn du in einer Raum betrachtst, hast du grundsätzlich andere Tiers. Red. Ah. What the fuck? Das sind Gladiash Tiers. Das geht. Die du nicht kriegst. Ja, mit Wumerang. Genau. Ja, jetzt kommt. Du bist drin. Ah, okay. Jetzt hätte ich Sensen, ja. Schocker halt, ey. Double Shot und Triple Shot. Ist geil. Der Rainbow Shit. Oh, die sind aber ultra langsam. Oh, vergiftet. Warte, wir können beide... Ja, wir haben einen Fall. Fallen in it. What? Was ist der Fall? Äh. Tricky, sagt er. I don't think that was tricky. Ich hab Double Shot. Ich hab Triple Shot. Toll, jetzt haben wir Scheiße. Ah, da kannst du einmal Scheiße setzen. Klasse. Bitte. Was bringt die? Ich hab keine Ahnung. Das ist ein Scheiß. Ha, 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 ha. Ich meine, bevor du gar nichts anderes hast, hast du halt diese Scheiße. Ja, Mann, nein. Ja, klar, Mann. Wir haben ja schon was. Macht Pisse eigentlich einfach mehr Schaden? Nee, schieß Schnau. Einige Schnau. Stimmt. Aber du büschst dafür, bist du ein Rage ein. Haha, oh. Nein! I wanted this money. Lass es dir, ich weiß nicht. Ich kann danach, wo du bist. Oh. Kill the little shits. Jo. Homing Shots. Wir schießen halt mit allem komischem Zeug. Das ist so witzig, ey. So ein bisschen hiervon, bisschen davon. Ein bisschen mit Kohle. Mal vergiftet. Das ist schon gefruchtet. Jetzt ist noch mehr Gift am Boden. Jetzt ist schon tot. He deaded. Sollen wir mal das Halbort zeigen? Sollen wir jetzt gucken, wenn wir kurz was? Mein secret? Das secret ist definitiv da. Ja. Das ist ziemlich. Das ist quite obvious. Was? Okay. Chill. Das war's unexpected. Na? Dann muss er wohl oder irgendwas ein. Oh. Ich muss mal hier chasen. Lass uns dann vom unteren Raum hochspringen. Hä, wir waren da noch gar nicht. Waren nicht? Ja, wir waren da nicht. Shit. Viele verschiedene Tiere sind schon schade. Halt! Achso. Aber da kann's da dann sein? Tja. Wenn es greift. Ich weiß es nicht. Das ist einfach heute, ja. Das ist einfach heute. Eins der Sinn macht. Obwohl ich da ist schon ziemlich lange raus. Ja. Aber ich glaube, das hätte es mit hochgespringen. Soweit reicht es normal schon. Oh. 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 Okay, lass uns den Battleraum machen. Okay. Ich glaube, wenn gerade so viel Gläber gefunden. Und genug seltsame Shots. You feel fatal? I feel what? Was soll denn you feel failed heißen? Tja. Das fühlt mich ausgeblendet. What the? I'm invisible. Machen das meine Shots auch? Ich glaube, ja. Ja. Unsichtbar machen das Shots, alter. Ja. Ich sage was was in ihr bot. Ich sage was gut. Ja, gut. Gut, dann lass uns hier rausgehen. Und lass mal noch kurz da eine Dumpel schnüssen. Weil hier muss eigentlich sein. Just to be safe. It's not. Atoldia. This cannot be. Ich habe sie. Oh geil. Oh, was soll ich? Zoom, 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 zoom. Oh. Ich finde auch diese Feueraufdruck super geil. Ja! Oder die Gift. So much money. Ja, come take it. Ich bin drüber gelaufen über das offene Ding. Das ist unspielbar, das ist unspielbar. Was? Ich hab die Dinger schon wieder? Warum haben wir die im ersten? Ja, keine Ahnung, was hat lag die Hände schon. Echt? Ich bin drüber gelaufen. Ich bin drüber gelaufen. Ich bin drüber gelaufen. Ach so, ja. War eigentlich der perfekte Zeitpunkt um das Leben zu lösen. Der perfekte Raum dafür. Ich bin irgendwie mad. Oh, ah, guck, das ist dauernd. Paralyzed! Das ist jetzt ein Ding. Ich finde euch echt nice. Weil du weißt ja nichts machen. Jetzt helfst du, klar. Höhöhöhöhöhöhöhöhöh. Hör, der. Ah, faktisch ist auch dieses Ding. Das... 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 Timer-Sierer mit H. Haha! Keine Ahnung. Ziemlich sicher. Ich fühl fated. Ah, ja, richtig. Ich fühl fated. Und das macht uns ja quasi unsichtbar. Ah, nee, fated. Stand da. Also, ja, ausgeblendet eigentlich. Ja? Das drückt da ziemlich gut dazu, was das macht. Oder... ja. Ah. Den müsste eigentlich instant explodieren. Voller ohne Schieß. Na? Eww. So true. Au! Das tut weh! Hör auf damit! Hör auf damit. Ich mag das nicht. Dein Niveau, mein Niveau. Abstand. Was? Gut, gut. Es war so gut wie vor. Ja! Super. Ja! Na? Ja! Okay, jetzt wollen wir uns nicht noch mal. Ja! Small! Das gibt's tatsächlich, er hat nicht gelogen! Small würde ich eigentlich... Immer mehr. Schon öfter mal nehmen, ja. Oh, das war grad echt nice. Triple Short und Ding. 10x Bombs Ich fühle mich fadiert 10 Bombs sind okay Kein Wunder ich weiß manchmal nicht wer ich bin Wenn ich so unsichtbar in den Raum reinkomme Ja Es ging mir nämlich vorhin so Ich hab gedacht ich bin du Weil Quasi nur du im Raum Ich bin so unsichtbar in den Raum Was? Was ist denn da eine Person angewiesen? Weißt du einfach so oft das aussieht Als würdest du nur normale Tiere schießen Weil es so viele Tiere gibt Die dann bis ab und zu kommen Also zu normalen Tieren sind irgendwie Ab und zu zahlen oder so Ziegelstein ist wieder da Und ein Ziegelstein Nein Eine Ziegelsteine im Helm Der der so vor seinem Dialekt steht Ah der Wer ist das? Das hat aber auch schon mal wieder da Ja der hat eine weile pausiert mit den Streamsbuckern So hat er ein bisschen ein wenig schwul geht oder? Ich weiß nicht Ah bin jetzt mal der Leberharz da Warum? Weil wir haben nur eine halbe und dann liegt der Batterie rum Und dann liegt der Batterie rum Ihr werdet alle sterben Oh Oh nein Das ist ja auch nicht gut Das ist hochkassend Ich kann es regenerieren mit dem Ich kann dann nur Schahner Jetzt komm lass den Bus machen Oh ok gut Nein da Aber mit einem guten Schiss drauf Oh oh What about Schiss? Wow 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 Man könnte sich nicht mehr aus Ausweichen wie aus Dementsch machen Ich glaube auch ja Gute 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 Fausträgen Oh shit Alter Alter Ich bin übrigens Erste Baby Erste Stock aus Aber ich kann das Baby nicht nochmal nehmen Schäde 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 What? Oh die eigenen die zurückkommen Jetzt drehe ich aber durch ey Ist ein bisschen too much Warum? TLP 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 Ich sag das so oder so Weiß Oh Päusenschutz Ja ich hab und zu einen Päusenschutz Der ist viel cooler Ja Ich fühl gern mal feidet Mh mh Ich hasse Bots Vor allem die die kein Dialekt können Ja ja bloß weil du immer vom Bot auch machst du wirst Das Spiel war da oben noch in dem Raufnet Sollten wir auf jeden Fall noch nein Jetzt hast du nur die coole Schäde Ja ja ich hab schon gesehen Sag es nicht Das regt mich schon auf Aber das ist voll geil Weil wenn wir beide Fade im Zeitraum hätten Dann können die Gegner doppelt so hoch Äh hier Oh fuck Mit großen Paar sein Aua Dann muss ich halt ein bisschen aufpassen Ich probier's ja Tuiat Tuiat Ah fuck Ah Du musst halt aufpassen gell Ist das so scheiße Haha Das ist doch kein Schuss Ich dachte das nicht Jetzt mach ich mal von innen das Ding auf Okay Gut Schön hast du es weggeschossen Reinge ab Das ist auch okay Weil wir haben das glaube ich uns oft gehabt halt Super ist es Vor allem Schwätzt der Ziegelstall vom Dialekt Aber er wird da dafür teilnäuert Dass er so 20.000 Punkte macht So unendig Da oben Das ist echt ein bisschen Schade Blatt Aber keine Bote Das wäre auch beim Dialekt so Wahrscheinlich mit denen die wachsen Oder? Nimm mal das Label da auf Du hast kein Label Aber Da geht's da Das Gamepad geht zu langsam am Arsch Wir müssen mal rein Du hast zu langsam am Arsch Wie halt möglich Das Tablet erkauft Ja Und das war ja plus 7 Zoll groß Und das war schon Ich habe wahrscheinlich schon Vergläuert Das haben wir gleich Wozu Oh Aber das ist heute gekommen Ja das ist heute gekommen Ah Du hast nicht heute gekauft Du hast heute gekauft Aber das war viel zu klein Du hast eine Bombe in den Kopf Und das ist heute negativ hier. Bedrück dich was, mein Mädchen. Hast du Probleme? Ried mit mir. Okay, ich bin jetzt hier kein Psychotherapeut oder so machen. Ich zähl vorsorge mit Vorsorge. Jetzt hab ich's! Jetzt hab ich's! Und jetzt sind die Gegner tot. Denn I'm running into the last shot. Hehe, hier gibt es ein Erfolg, genannt Heldentaten namens unmöglich. Anforderung spiele das Spiel durch ohne zu sterben. Yeah! Yeah! Lil! Ja, ich glaub, das ist tatsächlich unmöglich. Weil das Spiel an sich durchzuspielen ist, äh... Hey! Ja! Oh, richtig Licht! Bist du nicht der Typ aus WoW? Siehst du voll aus? Scheißegal, wer denn... Der Boss? Wie heißt der denn? Weiß ich, nur mal ein Job. Ich hab's gehabt. Scheiße! Zu wenig gesuchtet! Oh, sie beschleckt schon, naja! Scheiße! 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 Jo! Da... Boah, das hat schade gemacht! Oh Gott! Ich sieg mich nicht! Das ist so schlimm! Ich find das viel schlimmer, wenn es so klingelt. Haha, aber... Ich bin ein kleiner Psycho. Das ist mein einziges Problem. Okay, fast mein einziges. Das Hashtag an Gollum eigentlich rede ich gerade von Shovel Knight. Mann! Kommt doch! Zum Beispiel doch nix! Glaube ich spielt momentan Shovel Knight! Das musst du doch wissen! Shovel Knight! It's about shoveling as a knight! Ja, Flo, mach mal dein Item-Ding. Regenerate. Warum hab ich so oft den winzig werdenden Schuss? Kacke! Ja, das ist Kacke! Das ist Bullcrap. Ich glaub alle Schüsse sind voll okay, bis auf der. Haha, ja! So Mini-Range! Who wants this? It's Bullcrap! Ach und übrigens, diese Pisse hat bei uns überhaupt gar keine Nachteile, weil ich glaub, die macht nur Range dauern, wenn sie aufsammelt. Ah, ja! Das haben wir überhaupt gar keinen Nachteil, wenn sie so gut vortragen. God dang it! Das ist pretty intense. Du rennubbegen! Hahaha! Blödy friend! Oh, he's blöding! Hm, 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 hm. Eure Marken Gerda. Oh! Huh! I'm bleeding! Ah, scheiße! Ah, scheiße! Na, wer könnte dran gehen? Not yet. Not yet. Noch ein interessanter Erfolg. Be... Beeilung. Anforderung schließt das Spiel in anderthalb Stunden ab. Yo! Hä, wie soll das... wie soll das gehen? Er redet nicht von dem jetzt, sondern von Shovel Knight. Ach sooo! Eat Shovel Knight! Ohhhh, god damn it! Don't you understand Shovel Knight? It's the shoveling Knight. Warte, ich kenn sie mit Bumpe. Ich hab's noch weg nach oben. It's the Knight of the Shovel. Warte, warte. Sollen wir's hochjagen? Du wirst ja hier in Münzen, dann könnte ich mal oben im Shop was kaufen. Ja. Ach so, dann kriegt er schon, was da oben gibt. Ja. 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 Yo, Gott, dein Leute. Ähm. Ach, das finde ich so nett. Ja. Ja. Me too. Kaum hab ich mich beschwert, dass ich die Sensen nie krieg, krieg ich sie fast dauer. Ja. Ja. Da ist der Bus. Ja. 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 Alles aber auch. Ja. 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 Wo ist denn der... Einkaufsraum? Is not here. Is not here. Where is it? Melissa ist da! Hallo Melissa! Hä? Das ist der Königsraum. Nein, ganz oben. Ah. Das Rode war geil, gell? Ja. Aber das kostet nur 7, das kann ich kaufen. Wie gesagt, das ist geil. Damage und Challenge ab. Also wenn wir Challenge schon wieder isch. Ähm. Ja, nun passt so. Passt. I'm happy. I'm super happy. I'm happy. I'm happy. I'm happy. I'm happy. Ich brauche das halt. Jetzt könnte ich noch ein Spiel ohne Anze. Für 7. Kroschen. Ja. Leben. Leben sind echt nicht schön. Oh mein. Nein. Nein. Flory. Jetzt stinkts wieder nach. Nach Dings. Insuline. Bäh. Ja. Du bist ja neig. Ich bin ja neig. Ich bin ja neig. Ich habe die Strahler zu losgesucht. Oh, scheieieieiei! Oh, ich bin in Spawn. Scheieieiei! Er macht einfach alles, was? Ein bisschen von allem. What dude they are so doing? Alles. Aber wenigstens haben wir... Das hat den Cripple-Shot. I have the Cripple-Shot again. Oh! PER Schmission auch so wirklich, das war's für mich Habe ich mich nur noch abschüßt. Algaard muss das immer so dunkel machen. You little? You little fuk***. Joo schnell schießen, katatatatata... Aiguess! Yeah! Frosen! Yes. Spiel und range up. Oh yeah. Hashtag ein Vorlass, bei Challenge ist von mehr Champions die Rede. Champions sind die besonderen Varianten von Gegnern. Okay. Also mehr davon spawnen jetzt. Haben wir noch irgendwas Specialiges? Leben oder so? Nein. Ich glaube nicht. Wir können ein Secret-Raum suchen. Hallo Vorlass, hallo Retro-Gangster. Was? No. Ich bin so schnell. Wo, wo, wo wolltest du hin? Secret-Raum suchen. Wo, 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 wo wolltest du hin? Könnte er eventuell da sein? Ihr liegt? Nein, da, ich weiß es nicht. Ha? Nee. Ich denke mal ganz stark, dass du da... Nein. Nope. Dann hier oben. Let's three. Was ist das? Jee. Monet. Gut, das war's. Wir können jetzt erstmal machen. Ich kann uns ein Ding-Leben kaufen. Ein graues Leben. Nee, scheiß Lob. Okay. Scheiß drauf. Dieses rote Zeug am Boden ist eigentlich auch ganz hilfreich. Ja. Es ist okay. Ja, es ist okay. Das trifft's. Lass mich trinken. Worst dream ever. Ist der Test-Zauger wieder einleit? Nein, Blaui. Nein. Ist er aber schuld, wenn du ihn immer schaffst, down zu machen, du Honk. Giga Honk. Was für ein Test-Zauger? Den, den ich gestern aufgesetzt hab und den Blaui dann fucked up hat. Oh oh. Zinn. Ultra schnell. Und die Gegner hier sind echt einfacher. Mit diesen random Tears. Ja, mit diesen random Tears. Weil manchmal triffst du halt so hier und manchmal so und da. Keine Ahnung. Random Tears sind echt geil. Jaaa. 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 Da kriegst du wenigstens ein bisschen Vision. Und nicht so dieses random. Ich bin mega groß und bedeck die halbe Bildfläche. Und du hast keinen Vorteil von mir. Ich werd nicht mal stärker. Was wenn ich ultra stark geworden wär oder sowas. Das wär voll geil gewesen aber ne. But no. Nimm das. You feel balanced. Heißt? Einer. Sind meine Stats vielleicht ausgeglichen oder sowas? Hm. Sehr gut. Schau mich schnell die Gegner sterben. Auf jeden Fall mach ein Gros mit Kugel. Jaaa. Vielleicht ist das Zufall. Nee. Simgröße. Oder vielleicht bin ich kleiner. Ich bin jetzt so groß wie du. Na also mir geht's auf jeden Fall aus, dass meine groß groß sind. Okay. Gut. Dann ist das so. Ja. Denk ich mal, dass unsere Stats mal gekälenzt sind. Was wenn es gut ist. Oh. Was machst du überhaupt? I don't know. What I'm doing. Nein. Hahaha. Hahaha. So. Ja. Ich muss ans Ende kommen. Nein. Da ist nichts. Kacke. So. Alter. Ich hab's nicht zu Ende geschafft. Jaaa. Okay. Cool. Ich weiß. Warum. Passiv. Nee. Nee. I don't want no Passive. Sie bringen sich halt gegenseitig um. Oh. Ich glaube sie findet mir Leben wenn man dagegen läuft. Dann. NICHT. Halt dich mal so. Dann muss ich das Ding schauen. Ja. Pass am Ende. Alter. What? This is. So unfair. Lockdown. Ja klar. Speeddown. Ja klar. Das soll gut sein. Really. Really. Really I hate you. Really. Really. Really hate you. Can I hate you? Do you hate me? Das hab ich noch nie. Penny Tears. LOL. LOL. Und wir haben nur nur random Tears. Reffel. This is all. LOL. Die roten. Wie geil ist das? Blau meint ihr neues Profilbild verwirrt nicht weil das da 4pixel art war. Oh mein Gott. Da war's gut zu. Warte mal. Nein. Zu spät. Glaubst du die machen mehr Schaden? Auf jeden Fall sind sie zu cool aus und zurückkommen. Vielleicht haben sie eine höhere Chance das Gegner dann Ding droppen. Galt. Ja. Ja. Who knows. Papa? Oh fuck. Oh ne Schere. Die sollen wir uns echt holen. Ich weiß noch was zu kennen aber. Fuse Cutter. Machen wir vielleicht Bomben nix mehr? Einzige was wir jetzt bei Fuse Cutter einladen. Da liegt noch ne Münze. Ne. Ich weiß noch was zu spät. Du weißt. Hi an Suna. Susi war das genau? Oh Gott. Oh Gott. Ich kann nicht mehr die Namen erinnern. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Die Zähne sind immer noch Sensen. Ja. Und Zähne sind immer noch Zähne. Wer schießt denn auch mit Zähnen? Der macht bestimmt ultra viel Schaden der Zahn. Ja. Der macht echt mehr Schaden. Der kommt auch so mega selten. Äh. Da rein? Ja. Wir haben grad so wenig Leben irgendwie. Ja. Wurde ich auch mal. Jo. Fing nicht. Das hat sich ja mega gelohnt. Toll. Mega mega. Beste Raum ever. Susi mein Danke vorlasst, dass du dich nicht mehr an mich erinnerst. Ich bin enttäuscht. Ehrlich. Hä? Ich hab gesagt du bist Susi und die Freundin von Rosa oder nicht? Und es ist doch so. Ist es nicht so? Mach mich nicht. Gehen wir zum Boss. Oh ja. Oh jetzt Mom. Shit. Toll, das war nicht leer, was du wegbaust. Ich bin mal am Leben. Gut. Du verlierst immer ein Leben für uns. Nur mal so. Ach das bist du? Ja. Oh lol. I didn't know. Alter ich kann nicht auf alles achten. Das ist echt so viel hier. Und das ist doch perfekt. Nein. Ab und zu ist gut. Bist du tot? Nein. 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 Wieso frag ich mich immer auf? Herze Wichs. Gibt immer den. Isaac. Isaac. Du mich auch Mutti. Ich hasse dich. Isaac. Oh Gott. Ich bin nicht Isaac. Ich bin... Keine Ahnung. Hm. Irgendwas mit M. Memories. Oh nice. Zwei Dingleben. Susi meint... Wo ist denn das Metatron?